Laut, glaube ich. Herzlich willkommen zum ersten Mal, wie wollen wir leben? Von Rosa Luxemburg bis Public Enemy. Erstmal herzlich willkommen an alle, die da sind. Die Idee ist entstanden, dass wir gemerkt haben, dass wir im politischen Kontext meistens auf negative Nachrichten reagieren und über Sachen sprechen, die schon passiert sind. Und wir haben gesagt, aber wie selten sprechen wir eigentlich über unseren Traum, über wie wollen wir leben? Wie können wir das in der Vergangenheit und im Heute verankern? Und so kamen wir auf diesen Titel und haben die unglaublich tollen Gäste dafür gewinnen können, über die ich sehr froh bin, dass sie heute alle hier sind. Kurz zu den Kommunikationsregeln. Wir sind hier in so einem WebEx-Video-Meeting und Marie sitzt als Gastgeberin bei dem Account Die Urbane und macht quasi die Regie. Sie kann Leute stumm schalten, den Ton aufmachen und so weiter. Für die Panel-Gäste, wenn ihr was sagen wollt, hebt ihr die Hand oder fangt einfach zu sprechen an. Für die Urbane-Vertreter, Niki und Circulate, a.k.a. Fabian, genau das Gleiche. Und für alle anderen Zuschauerinnen würde ich euch bitten, in den Chat-Verlauf eine Frage reinzuschreiben und dann wird die im späteren Verlauf hoffentlich von uns aufgegriffen und an die Panel-Teilnehmer weitergegeben. Gibt es dazu noch was hinzuzufügen? Ich glaube, das ist alles soweit verständlich. Wir werden einmal die Gäste vorstellen. Und ich fange damit kurz einmal bei mir an und sage, hallo, ich bin Raphael Hillebrandt. Ich bin Teil von Die Urbane, ich bin Breaker und Choreograf und es gibt heute noch zwei andere urbane Mitglieder, die mit mir zusammen hier ab und zu was sagen werden, beziehungsweise die da sind und die Urbane vertreten. Und das sind zum einen Niki Dracos, mit der ich zusammen die Doppelspitze mache, die gerade das Peace-Zeichen gehoben hat. Eine Berlinerin, als Regisseurin bekannt gewesen, hat viele Musikvideos gedreht, unter anderem das erste Video von Kurt Savas, ist heute hauptberufliche Feministin und mit mir zusammen die Doppelspitze von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei. Außerdem Fabian Blume, der Mann mit dem Basecap, der vielleicht sich auch kurz bewegt, damit die Leute wissen, wer es ist. Der Generalsekretär von Die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, auch bekannt als Circulate, früher mal Drag-U, Rapper aus Berlin, Künstler im Videobereich, DJ-Bereich und vielleicht wird er heute für uns auch ein paar Scratches machen. Noch nicht live, aber vielleicht später zu den Links. Und dann kommen wir zu unseren nicht-urbanen Mitgliedern, die Gäste, professionellen Leute, die wir eingeladen haben. Als erstes möchte ich vorstellen, Dr. Natascha A. Kelly. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin. Sie ist Aktivistin, Filmemacherin, Regisseurin. Sie hat mittlerweile fünf Bücher geschrieben und ihr sechstes Buch kommt gerade auf den Weg. Eins der Bücher, das ich hier nennen möchte, ist Afrokultur. Der Raum zwischen Gestern und Morgen. Genau dieses Spannen hin zur Utopie, wie wollen wir eigentlich leben, aufgrund der Geschichte, die wir erlebt haben. Und in diesem Buch beschreibt sie eine fiktive Unterhaltung zwischen drei wichtigen schwarzen Menschen, die gewirkt haben. Zum einen De Beuys, Maya Ihm und Audre Lorde. Dieses Buch ist mittlerweile sogar auch als Theaterstück, führt sie das auch. Als nächstes komme ich zu Abdurrahim. Und Abdurrahim, leider finde ich die Mail nicht, die ich von dir bekommen habe mit der Vorstellung. Das tut mir sehr leid, deswegen bitte ich dich kurz, dich selber vorzustellen. Okay, hört ihr mich? Ja. Okay, Abdurrahim Diallo, ich bin aus Guinea. Ich bin Politikberater für Ministerien der AKP-Staaten, also Afrika, Karibik, Pazifische Staaten, im Rahmen vom Migration Development Nexus. Dann bin ich Vorstand vom Netzwerk Migrantenorganisation in Brandenburg und Promoter für Migration und Entwicklung, Musiker und Papa und Mensch, unglücklich hier zu sein. Ich mache es kurz und nachher werden wir eh mehr von mir hören. Vielen, vielen Dank für die Vorstellung. Ich weiß, dass du auch hier bist und dich speziell diesen internationalen Punkt auskennst. Deswegen bin ich sehr froh, dass du heute hier bist und deine Expertise dazu mitbringen kannst. Als letzten, aber denjenigen, den ich am längsten kenne aus der Runde, Saman Hamdi von der Flowjob-Crew, hat 1999 angefangen zu breaken. Ich kenne ihn von Jams und aus Cyphern. Das letzte Mal haben wir am Sonntag auf der Straße zusammen getanzt. Er schreibt seine Doktorarbeit derzeit über Hip-Hop-Kulturprojekte und Bildung im Zusammenhang mit Hip-Hop. Und die Hip-Hop-Kulturprojekte, über die er unter anderem seine Doktorarbeit schreibt, ist die Anamar-Bewegung und El Puente in New York. Darüber wird er später uns was erzählen. In meinem Telefon ist er abgespeichert als der Hip-Hop-Doktor. Einen kräftigen Applaus für Saman Hamdi. Schön, dass wir jetzt zum Thema vorstoßen können. Wir haben ein Musikvideo, mit dem wir das Ganze starten wollen. Marie wird so nett sein, uns den Link noch einmal in die Kommentare zu posten. Und weil wir die letzten Tage die Erfahrung gemacht haben, dass Musikvideos oder Videostreamen über diese Plattformen hier meistens hakt und nicht viel schreit. Bitte ich euch alle den Link, der gleich in der Kommentarspalte erscheint. Ist er noch nicht da, sonst scrolle ich kurz hoch und kopiere ihn einmal. Da ist er! Kopiert bitte alle einmal diesen Link. Gebt ihn in euren Browser ein. Marie macht alle Mikrofone auf stumm. Und wir sehen uns nach Ende des Videos wieder. Bitte drückt Play. Viel Spaß. Fight the Power. Vielen Dank. 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 Hallo, 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 willkommen zurück. Public. Ich denke, wir haben alle das Video gesehen. Wir haben alle die Bilder noch im Kopf. Public Enemy, eine der wahrscheinlich politischsten Hip-Hop-Gruppen, die es je gegeben hat, die ganz klar diese Verbindung immer aufgemacht haben. Und das Video ist für mich so stark, weil da diese ganzen Symbole drin sind, die rot-schwarz-grünen Flaggen des Pan-Afrikanismus, eine quasi der Positiventwurf, der Gegenentwurf zum Kolonialismus, ein Kampf von schwarzen Menschen für Befreiung, weltweiter Kampf, der nicht nur die Menschen auf dem afrikanischen Kontinent, sondern auch in der Diaspora mitdenkt. Und diese Flaggen und dieser Kampf gegen Imperialismus, das macht so wunderschön die Brücke auf zu Rosa Luxemburg, die in ihrer Arbeit die Akkumulation des Kapitals im Endeffekt dargelegt hat und auch wissenschaftlich sehr schön fundiert dargelegt hat, wie Kapitalismus und Nationalismus zwangsläufig zu Kolonialismus und Imperialismus führen. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt heißt es, dass die Art und Weise, wie wir in Europa gerade wirtschaften und uns politisch organisieren, zwangsläufig immer zu Krieg führt und zu Unterdrückung von Menschen in der Peripherie dieses Systems. Und hätten wir, wäre Rosa Luxemburg heute noch am Leben und wir würden ihr Fight the Power zeigen, ich glaube, sie würde zu Public Enemy mit dem Kopf bouncen und sagen, ich habe es euch doch gesagt. Sozialismus oder Barbarei? Und mit diesem Bogen würde ich gerne das Wort weitergeben an Niki von Frauenkreise, die vielleicht kurz etwas sagen möchte zu dem Menschenbild oder Hallo Niki. Hallo an alle. Ja, meine Aufgabe heute ist, das Menschenbild, über ein Menschenbild zu sprechen. Und eigentlich hatte Raphael uns gebeten, kurz über die Utopie nachzudenken und was uns dabei einfällt, wenn es um eine Utopie geht. Und ich persönlich verbinde damit auch ein Menschenbild und zwar die Idee oder die Haltung, dass Menschen nicht inhärent gut oder schlecht sind und auf einer dieser beiden Seiten stehen, sondern dass das Potenzial für beides in uns allen drin steckt und dass es sozusagen eine Frage der Kultur ist, die wir schaffen, ob was davon gefördert wird. Und die Vorstellung gleichzeitig, also die Brücke zu dem Jetzt, dass wir eigentlich jetzt gerade in einer Kultur leben, die sehr viel destruktive Eigenschaften fördert. Neid, Neid, Geiz, Gier und Vorteilnahme und Gewalt, also dass Dinge, die im Menschen schon auch irgendwie da sind oder wofür die Kapazität da ist, dass die aber auch noch gefördert werden, statt, dass wir Eigenschaften fördern, die zu solidarischem Handeln führen, zu wertschätzendem Handeln, zu liebevollem Handeln und damit jetzt weitergehen, dass es aber durchaus möglich ist, so eine Kultur zu schaffen. Und das ist eigentlich nur davon abhängig, was für eine Geschichte wir erzählen. Also wie wollen wir leben? Und da eine Kultur zu schaffen, die halt die guten Aspekte oder die produktiven, konstruktiven, solidarischen Aspekte in uns fördert. Genau. Das zum Menschenbild. Vielen Dank. Vielen Dank dafür. Ich denke, das ist eine wichtige Sache, weil es uns, glaube ich, das ist für mich ein großer Unterschied zwischen rechtem und linkem Denken. Rechtes Denken geht immer davon aus, es gibt schlechte Menschen und wenn wir die alle umgebracht haben oder weggeschoben haben, dann wird es uns besser gehen, weil dann sind nur noch die Guten da. Und linkes Denken denkt mit, dass wir alle Dinge in uns vereinen und dass alle Menschen ein Recht zu leben haben. Ich möchte gerne das Wort an Q weitergeben, der, glaube ich, von sich am ehesten, der immer, wenn ich bei ihm zu Hause bin, sehe ich das Kapital von Marx auf dem Tisch liegen. Und für die Leute, die vielleicht von Rosa Luxemburg noch wenig gehört haben, zumindest kannst du uns ja ein bisschen was darüber erzählen. Fight the Power auf dem Do-The-Right-Thing-Soundtrack vom Spike Lee-Film. Super. Ich habe gerade den Soundtrack gesucht. Ich habe ab und zu mal so die Public Enemy-Alben in die Kamera gehalten. Ich habe zu Public Enemy als alter Ossi natürlich eine ganz andere Verbindung, weil ich Hip-Hop zu Ost-Zeiten kennengelernt habe. Und für uns war 1989 halt Fight the Power, war halt das Ding so. Wir haben Hip-Hop zu DDR-Zeiten halt super, super idealistisch und vor allen Dingen auch politisch aufgefasst. Und zu Ost-Zeiten hatte man natürlich diese Doktrinen. Ernst Thälmann, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Karl Marx. Und am Ende habe ich dann aber viel später erst begriffen, was eigentlich dahinter steckt, nämlich nicht das totalitäre System, was Stalin dann daraus gemacht hat, sondern das, was eigentlich Menschen wie Rosa Luxemburg aus dem Marxismus gemacht haben, nämlich zu erkennen, dass es etwas ist. Ich meine, Rosa Luxemburg selbst, um da kurz auf deine Frage zurückzukommen, ich meine, sie ist 1871, glaube ich, geboren als polnische Jüdin. Sie hat grundsätzlich ein Leben gelebt, was immer von Kampf bestimmt war. Sie hatte auch durch einen Ärztefehler quasi, ich glaube, ein Beckenschiefstand und hat deswegen so ein bisschen zählt zu der Kategorie auch Menschen mit Behinderung. Und dadurch hat sie einfach dieses, gerade dieses Thema Intersektionalität, als polnische Jüdin, die als Frau kämpft diesen Kampf und das lässt sich in ihrer Biografie auch gut nachvollziehen. Sie ist in Polen auf ein Frauengymnasium gekommen, wo eigentlich quasi zur damaligen Zeit eine russische Menschen und gar keine polnischen Menschen und schon gar keine jüdischen Menschen Zugang hatten. Und sie hat es geschafft, darauf zu gehen, ist dann später in die Schweiz gegangen, weil in der Schweiz durfte man innerhalb Europas als Frau gleichwertig überhaupt studieren. Und das sind Dinge, die natürlich für uns insgesamt einen Grundstein legen, auch für unser Denken, diese gesamte kapitalistische Welt aus linker Perspektive, aus antirassistischer Perspektive, aus antisemitischer Perspektive zu analysieren und zu kritisieren. Und deswegen auch für mich ganz klar, Luxemburg, Public Enemy, als Ossi, 78er-Jahrgang, Hip-Hop seit 86, absolut ein und dasselbe Ding. Und jetzt bin ich wieder ruhig. Danke dafür, für die Verbindung. Ich habe an 89 gar nicht gedacht, wie das vielleicht aus den Boxen von Autos gedröhnt ist, die über den Checkpoint Charlie gefahren sind. Das ist ja auch kein Ossi. Ja, ich bin absolut richtig. Ich habe das, gerade diese Diskriminierung, also ich denke oft darüber nach, wo könnten wir stehen, wenn die verschiedenen Menschen, die unter Diskriminierung leiden, erkennen würden, dass diese Diskriminierungsformen alle gleich funktionieren und sich alle aus einem unterdrückenden Staat formen. Und wenn wir das zusammenkriegen würden, und da gibt es dieses Zitat, was Malcolm X gesagt hat, you can't have capitalism without racism. Er hat das vor 50 Jahren gesagt, du kannst keinen Kapitalismus haben ohne Rassismus. Und diesen Rassismus, den wir jetzt nach George Floyd wieder irgendwie so in den Medien haben und die Leute alle das so drauf haben, Wir haben heute eine der absolut führenden Menschen in Bezug auf Rassismus, strukturellen Rassismus und vielleicht aber auch die Utopien, die ihn überwinden können bei uns. Und ich freue mich sehr, dass ich das Wort an Dr. Natascha Kelly weitergeben darf. Könnt ihr mich hören? Ja, okay, weil ich glaube, es ist wichtig, dass ich mal ein paar Sachen klar stelle. Also erst mal, sorry, aber Diskriminierungsformen funktionieren nicht gleich. Das ist ganz wichtig. Also es gibt ja unterschiedliche Formen von Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, Ableism und die funktionieren tatsächlich anders. Und das ist auch wichtig hinzuschauen, vor allem dann überhaupt, um die Intersektionen ja greifen zu können. Also die Überschneidung der einzelnen Kategorien. Ich glaube, das ist echt ein Punkt. Und zweitens in deiner Einleitung würde ich noch zu dem Kolonialismus und Kapitalismus auch auf jeden Fall Rassismus und das Patriarchat. Die beiden Sachen haben mir auf jeden Fall gefehlt, weil was auch eine Kritik am Hip-Hop ist, wenn wir uns den Sexismus im Hip-Hop und in der Hip-Hop-Kultur bitte nicht ausblenden. Und den Rassismus in der Frauenbewegung. Also das ist ja nochmal eine Verschränkung, wenn wir uns beispielsweise Rosa Luxemburg bis Public Enemy angucken, aus meiner Position als Schwarze Feministin, ist das beides schwierig. Und ich glaube, dass das wichtig ist, das wirklich zu thematisieren. Intersektionalität als Ansatz, hast du ja vorhin schon genannt, erlaubt uns da tatsächlich genauer hinzugucken. Und ich glaube, dass wir, gerade wenn wir in die Zukunft schauen wollen, dass es super wichtig ist, dass wir das echt üben. Also es geht nicht ohne Übungen. Es ist wie beim Fahrradfahren oder so oder beim Schwimmen oder so, dass wir wirklich diese Tools nehmen und sie wirklich auch anwenden und einsetzen. Und vor allem bei Intersektionalität, da bin ich ja immer wieder dabei, die Entstehungsgeschichte kann nicht abgekoppelt werden aus dem Schwarzen Feminismus. Weil wenn wir nämlich das mit im Blick haben, dann hätten wir auch bei dieser Thematik schon direkt Sexismus und Rassismus jeweils auch in den Blick. Und das finde ich halt nochmal wichtig, hier mal so in die Runde zu schmeißen als Food for Thought. Du sagst die Entstehungsgeschichte von Hip-Hop aus Schwarzem Feminismus? Nein, die Entstehungsgeschichte der Intersektionalität. Ah, aus Schwarzem Feminismus. Nochmal, die Intersektionalität ist in der Schwarzen Feministischen Bewegung entstanden und kann auch nicht davon abgekoppelt werden. Und deswegen, wenn wir schon intersektionale Ansätze verwenden, dann ist Race immer dabei, um an die aktuellen Debatten anzuschließen, die irgendwie sich hier gerade Leute neue tolle Sachen überlegen, was ich als nächstes machen kann. Race kann nicht aus der Formel rausgenommen werden. Never ever. Und das ist halt echt wichtig, gerade in solchen Kontexten. Klar, es gibt unterschiedliche Überschneidungen und an bestimmten Stellen wirkt die eine Kategorie mehr als die andere Kategorie, aber deswegen ist es nicht da. Und das ist halt wichtig, weil wir fallen immer wieder in dieselben Rassismusfallen, in dieselben Sexismusfallen. Und das würde ich mir echt für die Zukunft wünschen, dass das mal aufhört, weil das Wissen ist da. Ja. Ausgrund aus diesem Wissen haben wir uns in unserer Satzung geschrieben, dass jedes Entscheidungsgremium mindestens zur Hälfte aus Frauen bestehen muss oder nicht aus Männern bestehen darf und mindestens die Hälfte People of Color sein muss beziehungsweise höchstens die Hälfte weiß sein darf. Genau daraus, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Niki? Nur kurzer Einwurf dazu, auch hier Männer und Frauen, diese Kategorien Cis. Ja, also nur die Hälfte Cis-Männern, genau. Also für wen das nichts sagt, ich kann das auch immer nicht so gut sagen, aber vielleicht weiß jemand, das sehr gut zu formulieren. Ich würde sagen, wo sich Personen mit dem biologisch zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Das ist Cis-Identität. Richtig. Ob noch jemand sagt, das sollte man anders sagen. Abdurrahim, wenn du etwas gerade dir unter den Nägeln brennt, dann raus damit. Ja, mir tatsächlich sehr, sehr viel unter den Nägeln, weil ich sage mal, ich versuche das Ganze mal aus einer, vielleicht auch wenn es verallgemeinert ist, globalen Südperspektive oder nicht eurozentristischer Perspektive zu lesen und zu kommentieren und direkt fiel mir auf irgendwie. Ich gebe mir einfach nur mal mit, so was bei mir so gedrückt hat. Also rechts und links als politische Orientierungspunkte ist für mich etwas, womit viele Diskurskreise nichts anfangen können, weil es komplett ein eurozentristisches Verständnis von Politik Einstellung ist. Okay. Und das finde ich cool, wenn man das aufbröselt, weil dahinter steckt Folgendes. Ich glaube ganz fest, dass wichtig ist, dass wir im Rahmen einer Dekonstruktion diskutieren. Wir dekonstruieren all das, was vor allem durch Kolonialismus, durch Strukturelle Machthierarchien, die das Ganze etablieren konnten, sehen sollten. Und dass wir auch so ein Verständnis bekommen zu dieser Verschränkung von Wirkmechanismen, von Diskriminierung. Also das ganz einfache Beispiel der vier I's. Also dass es eine Ideologie braucht, die im Prinzip diese Machthierarchien festschreibt. Und eine Ideologie ist so mitwürdig, weil wenn sie einmal eine Ideologie ist, ist sie praktisch unangreifbar. Dann das zweite I, die Institutionen, dass Institutionen, Strukturen errichtet werden, die das Ganze manifestieren, die helfen, diese Ideologien fest zu festigen und Regelungen aufzustellen, die entlang von Diskriminierungen funktionieren. Und dann der interpersonale Bereich, das dritte, wo auf interpersonaler Interaktion im Prinzip diese Hierarchien wirken, wie wir es ja im Alltagsrassismus besonders sehen. Und das letzte I, was für mich vielleicht das Wichtigste ist, worüber ich mich freuen würde, wenn wir da viel darüber sprechen würden, die Internalisierung. Dass sowohl die Diskriminierenden, die Rassismus ausüben, als auch die, die Rassismus erleben und davon betroffen sind, internalisieren. Und das ist sehr, sehr wichtig, um das Ganze zu verstehen, wie das heute läuft. Man kann mit schwarzen Menschen im Gespräch sein, die Rassismus internalisiert haben und nicht sich etwas emanzipiert haben davon, nicht reflektiert haben. Und das führt zu einer weiteren Reproduktion. Und ich will auch nochmal ganz klar machen, einfach diese ganz einfachen Wirkmächen, Mechanismen von Rassismus ist, dass der spaltet, er spaltet in Hierarchie-Ebenen. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das in den Blick nehmen. Und vor allen Dingen, er vernichtet Empathie. Er vernichtet Empathie. Empathie ist so etwas Wichtiges, um Beziehungen aufzubauen, um gemeinsam Dinge zu machen. Und das tut er auf beiden Seiten. Und für mich ist eben ganz wichtig, dass wir diskutieren, also weniger Euro zu machen. Und auf jeden Fall die Diktation von allem, was in den letzten 500 Jahren im Prinzip durch Kolonialismus etabliert worden ist. Und natürlich ist das einfach zu sagen, aber es ist nicht so schwer, es ist sehr schwer umzusetzen. So von meiner Seite. Wir merken ja, vielen, vielen Dank dafür und auch für die Einordnung der Sachen. Und wir merken ja schon, wie das schwer ist, in so einem anderthalb Stunden Panel diese Sachen anzusetzen. Das stellt vor, das umzusetzen und zu leben. Und aber Saman Hamdi hat, schreibt er seine Doktorarbeit über zwei konkrete Projekte, wo Leute genau versuchen, Hip-Hop als Blaupause die Emanzipation voranzutreiben, um das Empowerment voranzutreiben. Und damit würde ich gerne an Saman abgeben, der uns ein bisschen von seiner aktuellen Forschung erzählt. Jetzt muss ich mich erst mal freuen. Ah ne, ich bin schon freigeschaltet. Ja genau, also vielleicht noch mal ganz kurz meine Zustimmung, dass wir Rassismus zentrieren müssen, gerade auch wenn wir uns mit der Kultur beschäftigen. Also ich wurde, bevor ich jetzt in die Forschung gehe, ich muss mir den Doktortitel übrigens noch verdienen, den du dir da im Handy eingespeichert hast. So ist es noch nicht. Aber es motiviert mich auf jeden Fall. Ich wurde persönlich, wurde ich politisiert, einmal durch eine koloniale Verbindung, nämlich mein Vater war Kurde aus dem Irak und war im Widerstand gegen Saddam Hussein und wurde im Knast gefoltert und kam dann als, also wegen medizinischer Versorgung nach Deutschland und ich habe Familie verloren in den Angriffen auf Haladja. Das war damals durch Saddam Hussein angeführte ethnische Säuberungskampagnen im Nordirak, im kurdischen Teil des Iraks. Da habe ich zwei Tanten verloren, eine Cousine, ich habe meine Großmutter nur als stark verbrannte Frau kennengelernt. Und das war bei mir so eine Ebene der Politisierung und die andere Ebene war eben wirklich die Kultur. Und da würde ich eben auch sagen, dass da dieser Weg ist von, wie scheiße ist alles, von Kolonialismus bis Patriarchat bis Rassismus bis kapitalistische Ungleichheit hin zu, wie wollen wir leben? Und ich habe so ein bisschen, meine zweite Politisierungsebene war halt wirklich Hip-Hop und ich bin nicht schwarz und habe aber trotzdem mich total identifiziert von Anfang an mit Tupac, der dieses Ich bin nicht einverstanden mit den Verhältnissen sehr krass für mich auf den Punkt gebracht hat mit zwei verbalen Mittelfingern dazu und gleichzeitig auch noch teilweise und teilweise leider gar nicht feministische Anteile hatte. Genau, und durch die Auseinandersetzung mit seiner Familiengeschichte und den Black Pantern und sowas bin ich auch dazu gekommen, halt wirklich mehr über Politik nachzudenken und mich auch persönlich mehr zu bilden. Und ich glaube, da ist genau das, was Abdurrahim und Natascha angesprochen haben von dem Umlernen halt sehr gut möglich über die Hip-Hop-Kultur, weil man nämlich so sexistisch sie in ihren kommerziellen Ausführungen ist, kann man halt immer auch eine Gegenperspektive finden von queer-feministischen schwarzen Rapperinnen oder von anderen und kann halt genau diese Inhalte auch nutzen für Bildungsformate und halt in Schulen gehen, an Universitäten Hip-Hop-Seminare machen oder sowas und hat auf jeden Fall volles Haus und diskutiere begeistertes Publikum. Und für mich persönlich als Praktizierender der Hip-Hop-Kultur ergibt sich halt auch eine Verantwortung daraus, dass ich eine ursprünglich schwarze Kultur praktiziere, nämlich zu einem Antirassismus. Und genau den, finde ich, kann man auch wirklich halt über die Hip-Hop-Kultur sehr gut in Bildungsformate ummünzen. Bevor ich es jetzt zu groß umspanne, in meinem Doktor geht es um ganz viele Projekte, also vor allem Non-Profit-Projekte, die genau sowas machen, die nämlich die Hip-Hop-Kultur benutzen, um Bildung zu installieren. Und vor allem, dass die beiden Projekte, die ich für heute rausgesucht habe, sind halt El Puente und G-Hip-Hop. Und das sind zwei Nachbarschaftszentren. Ich will jetzt nicht zu lange reden, deswegen belasse ich es vielleicht erst mal nur ganz kurz. Wir können da im Anschluss bestimmt noch ein bisschen drauf gehen. Aber das sind eben, also G-Hip-Hop ist in Dakar, im Vorort von Dakar, im Senegal. Und El Puente ist in Brooklyn-Williamsburg in New York. El Puente wurde 1982 gegründet, und zwar in einem Brooklyn-Williamsburg, was damals der Bronx, also dem Ursprungsort der Hip-Hop-Kultur, sehr ähnlich war. Sehr viele Gangs, sehr viel Gewalt, vor allem PuertorikanerInnen und Schwarze dort. Und genau, Drogenüberschwemmungen etc. Und die Gründer, Gründungsmitglieder, die entkommen der Young Lords Party, also dem Pendant, dem puertorikanischen Pendant zu den Black Pantern, und haben diese Ideologie, als auch die Christian Workers und Befeilungstheologie genutzt, um erst mal nur einen Performance-Space zu machen. Und das ist halt dann über die Jahre gewachsen. Und das ist so ein bisschen für mich die Antwort auf die Frage, wie wollen wir leben? Nämlich, was die machen, ist halt heute, haben die fünf Kulturzentren in ganz Brooklyn verteilt, haben eine eigene High School gegründet, die El Puente Academy for Leaders for Peace and Justice, benutzen die Hip-Hop-Kultur für Bildung auf allen Ebenen, haben ein eigenes Graph-Writing-Kollektiv, wo sie eben politische, riesige Murals malen, machen soziale Bewegungsarbeit, beteiligen sich an Climate-Justice-Marches, gehen gegen Rassismus, machen Antirassismus-Police-Trainings, etc. und finden das immer mit einer kulturellen Perspektive und sind extrem stark in der Nachbarschaft verwurzelt. Das ist sowohl bei G-Hop in der Banlieue von Dakar der Fall, als auch bei El Puente. Ich könnte jetzt endlos reden, will ich aber nicht, ich habe nämlich schon sehr lange geredet, aber genau, wenn wir darauf noch zu sprechen kommen wollen, ich glaube, das wäre halt auch für die Urbane eine sehr interessante Perspektive, so eine kulturelle Beziehungs-, Nachbarschaft-, Bildungsarbeit und politische Interventionen über Bildung und über Bewegungsarbeit zu machen. Ja, absolut und ich denke, Abdu, du kommst gleich, es ist absolut das Ding, glaube ich. Hip-Hop ist, wie du gestern gesagt hast, Zaman im Vorbeschweg, es ist eine Blaupause für Organizing in der Nachbarschaft und sich darum zu kümmern und das finde ich jetzt sehr beeindruckend. Wir haben das ja gestern auch bei dem Film über die Anamar-Bewegung gesehen, über die wir später nochmal sprechen können. Abdu Rahim, gerne. Ja, ich will mal ein bisschen was kritisch machen, auch in Richtung Hip-Hop sagen. Also ich selber habe früher Hip-Hop gemacht und ich hatte ein Band, was weiß ich, aber wir waren damals sehr, sehr wenig reflektiert. Es gibt zum Beispiel neben dem Sexismus, der oft ein Bild, benutztes Bild im Hip-Hop ist, auch noch die Benutzung des N-I-Worts. Ich sage bewusst N-I-Wort und nicht N-Wort, sondern ich sage N-I-Wort, weil das für mich noch einmal ein stärkerer Ausdruck ist und da spalten sich auch die Menschen, auch schwarze Menschen. Ich habe auf dem afrikanischen Kontinent ein ganz anderes Verständnis von diesem Wort als in bestimmten Communities. Und solange das nicht in einem breiteren Diskurs geklärt worden ist, warum benutzt man dieses Wort und mit welchem Hintergrund ist das ein Punkt, an dem sich sehr, sehr viel spaltet. Und ich will noch mal zurückkommen, warum ich glaube, dass es wichtig ist, beim Kolonialismus auch anzusetzen, weil Kolonialismus konnte halt in allen Regionen, in allen menschlichen Milieus, in allen Weltregionen im Prinzip Machtsysteme zu etablieren, denen wir jetzt gegenüberstehen, denen wir überall in verschiedenen Kontexten uns auseinandersetzen. Ich finde total gut, den Ansatz von Natascha auf jeden Fall ganz stark Gender-Diskriminierung mit in den Blick zu nehmen, weil ich glaube, dass Gender-Ungerechtigkeit eine Triebfeder für Kolonialismus genauso gewesen ist. Und das dürfen wir niemals außer Acht lassen. Aber wie gesagt, ich tue mich auch noch schwer mit Hip-Hop, das Ganze darauf aufzunehmen, ich tue mich auch schwer mit Kommunismus, weil das passt oft nicht. Ich möchte sehr, sehr gern stark die Lanze brechen dafür, die indigenen, sogenannten indigenen Paradigmen wie Summa Kausai, wie Gweno, wie Ubuntu, wie Sankofa mitzunehmen als etwas, wo wir uns alle treffen können. Die spirituelle Komponente würde ich gar nicht außer Acht lassen. Die kommt mir oft in linken Kontexten zu kurz, weil das etwas sehr Verbindendes ist. Aber was ich gut finde und was ich heute gut finde, ist, dass sehr viele Gruppen eigentlich in eine gleiche Richtung schauen, nämlich in dem Abbau von Kolonialitäten, von Diskriminierung und Machtstrukturen. genau so viel von meiner Seite. Vielen Dank dafür. Natascha? Gerne ergänzen. Ab du, by the way, hi, und es ist echt nice, dich nach so langer Zeit wieder zu sehen, damit wir das auch schon mal geklärt haben. Aber ich würde ganz gerne was ergänzen. Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt und was sich gerade in der aktuellen Black Lives Matter Revolution zeigt, Rassismus ist alles, was du gerade erklärt hast, Kolonialismus vorgelagert. Rassismus ist die Ideologie. Rassismus ist wirklich das, was zu Kolonialisierung geführt hat, auf einer gouvermentalen Ebene. Und was wir auch nicht aus dem Blick lassen dürfen, ist das Christentum. Das versteckt sich ja nämlich dann auch immer gerne in dem blinden Fleck des ganzen Systems hier. Aber die Kolonialisierung konnte ja nur durch Missionierung erfolgen. Und die ursprüngliche Idee des Rassismus geht auch auf den Christentum zurück. Diese Farbmetaphorik von Schwarz ist der Teufel und Weiße Engel und Schwarz ist böse und Weiß ist gut. Und die Listen sind lang. Und diese Vorstellungen, diese christlichen Vorstellungen, die wurden auf Menschen übertragen. Das ist ja das, wie überhaupt diese Ideologie Logisierung, so kognitive Programmierung, was anderes kann ich dazu nicht sagen, überhaupt erfolgen konnte. Und sich auch so schnell verbreiten konnte. Und jetzt kommen wir nämlich zu den Strukturen, weil da habe ich das Problem, dass das auch nicht wirklich verstanden wird. Das hat sich ja dann in Gesellschaft eingeschrieben. Und Kolonialismus ist eine Struktur, die politische oder vielmehr wirtschaftliche Struktur, in die sich das eingeschrieben hat, was dann eben die Aufteilung Afrikas und andere Teile der Welt etc. ja überhaupt begünstigen konnte. Und bis heute fortdauert. Und dann alles, was Abdul gesagt hat, unterstreich ich. Aber eine andere Ebene, in der sich das dann auch eingeschrieben hat, ist beispielsweise in die Wissenschaft. Und die Wissenschaft wird dabei echt oft vergessen. Aber die Wissenschaft hat ja wirklich letzten Endes zur Verstetigung der Idee geführt. Dass überhaupt, dass es Rassen gibt oder vermeintliche Rassen gibt, ist ja aufgrund der wissenschaftlichen Institutionalisierung dieser ganzen Ideologie. Und heute geht es ja darum, diese Fehlkonzepte oder Mythen, die entstanden sind, wie eben in der aktuellen Antirasse-Debatte, zu reclaimen. Im Sinne von auch, also da fällt mir jetzt gerade ein, auch was wir besprochen haben, reclaimen im Sinne von die eigene Zukunft auch zurückgewinnen. Zum Beispiel wie durch Denkansätze wie Afrofuturismus, die Einschreibung, was Abdurrahim ja vorhin auch beschrieben hat, sich selber einfach wieder zu erlauben, dass wir ein Recht haben auf eine Zukunft und auch ein mitgestaltendes Recht darauf haben. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, Natascha, zu Afrofuturismus und deiner Forschung dazu. Ja, also es geht ja im Prinzip, würde ich das auch als schwarze Kultur einordnen. Das würde ich dem Hip-Hop übrigens auch. Aber wir haben uns ja sowieso immer ja freundschaftlich gestritten bezüglich diesen Punktes, dass für mich Hip-Hop nicht die Oberkultur von irgendetwas ist. Hip-Hop ist ein kleiner Bereich der schwarzen Kultur oder wie ich das in meinem Buch als Afrokultur beschreibe. Und neben dem Hip-Hop gibt es viele andere kulturelle Errungenschaften oder afrokulturelle Errungenschaften oder schwarze kulturelle Errungenschaften, wenn du so willst. Und eins davon ist eben auch der Afrofuturismus, was auch viel älter ist als der Hip-Hop. Also ich würde ja schon fast sagen, dass durch Personen wie Afrika Bambaata beispielsweise, ist ja aus der afrofuturistischen Bewegung ja in den Hip-Hop rein. Und Hip-Hop ist ja auch eine Befreiung, also ich meine Afrofuturismus wie Hip-Hop, also beide im Prinzip, sind ja schwarze Befreiungsbewegungen. Und das finde ich auch sehr epistemisch gewaltvoll, dass dann in Ländern wie Deutschland ankommt, diese Kulturen angeeignet wird und die Geschichte, die ein wesentlicher Bestandteil unseres Leidens ist, ist ja, dass unsere Geschichte ausgelöscht wird. Beispiel, vorhin habe ich hier schon genannt, mit Intersektionalität. Wir leiden darunter, wenn die ursprüngliche Geschichte nicht miterzählt wird. Und das ist bei Hip-Hop auch. Wenn Hip-Hop aus seinem Kontext rausgenommen wird, wird unsere Geschichte unsichtbar gemacht. Und das ist beim Afrofuturismus genau dasselbe gewesen. Als es in Deutschland ankam, entstanden so in den 60ern auch aus der Bürgerinnen-Restbewegung in den USA. Sun Ra ist wahrscheinlich der bekannteste, der dann wirklich irgendwann gesagt hat, ja, hier auf der Erde können wir gar nicht mehr leben, wir gehen zum Satur. Und alle fanden das hip und jazzig. Dann wurde das ja so weiß gewaschen, weil das war dann cool. Aber das war wirklich seine Befreiungsstrategie, zu sagen, Leute, es gibt etwas Größeres oder Rassismus ist größer als ihr denkt. Also Rassismus ist everywhere on the planet. Ja, wir können nicht auf einer Insel. Ich meine, wie oft habe ich das gedacht? Ich will jetzt auf irgendeine Insel flog. Aber selbst da wird es irgendwelche rassistischen Strukturen geben. Und das ist ja das, was er ja im Prinzip mit dem Afrofuturismus dann im Prinzip sagt. Und es ist theoretisch gebrochen in anderen Planeten. Und angekommen ist, dass aber hier nämlich diese Botschaft, die schwarze Kulturen, muss man ja sagen, mittransportieren, kommen ja nicht an. Die werden ja verwässert, bevor sie hier landen. Das ist das, was Hip-Hop und Afrofuturismus gleich haben, würde ich sagen. Ja, absolut. Und seit 2018 ist aber tatsächlich eine zweite afrofuturistische Bewegung entstanden im Zuge der wirtschaftlichen, weltwirtschaftlichen Zusammenbruch, Wahl von Obama, Digital Divide 2.0. Also es sind wirklich viele Faktoren, die zusammengeflossen sind, wo im Prinzip Schwarze, vor allem auch wieder Aktivisten, Wissenschaftler, Künstlerinnen, etc. losgegangen sind und gesagt haben, Gebäcker-Tools, so, wir brauchen die jetzt mal gerade wieder und sich Afrofuturismus reclaimed haben und da ist the Black Speculative Arts Movement beispielsweise daraus entstanden, was eine internationale Arts, also wirklich in Vielzahl, also nicht nur visuelle Kunst, sondern auch Musik und Performance und das ist eine sehr breite Bewegung entstanden ist und vor allem auch eine globale Bewegung entstanden ist, wo es darum geht, nicht mehr sich an weißen Strukturen abzuarbeiten, sondern zu sagen, wenn es schwarze Menschen in der Zukunft gibt, weil das ist ja überhaupt die erste Frage, die wir uns ja wirklich ernsthaft beantworten müssten, also gerade unter dem Hashtag Black Lives Matter, das ist ja gar nicht so eine blöde Frage, sondern die Frage ist ja, wenn es schwarze Menschen in der Zukunft kommt, was machen wir denn dann und wie sieht diese Zukunft aus und einfach, es geht ja darum, wieder die Imagination anzuregen, Visionen zu entwickeln, die ja in diesen Strukturen, in denen wir eigentlich gar nicht überleben dürfen, schwarze schon mal gar nicht und schwarze Frauen ist recht nicht und alle anderen Positionen, die da mit dranhängen, ob trans oder queere Menschen oder, 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 die Strukturen sind ja nicht für uns geschaffen worden, also wir sollten ja, um das mit den Worten von Audre Lorde zu sagen, we were never meant to survive und unser Alltag besteht ja daraus, jeden Tag gegen diesen Strukturen zu kämpfen und wir vergessen halt dabei zu träumen, wir vergessen zu träumen, wir vergessen Visionen zu entwickeln, weil wir so gestresst sind sozusagen vom Alltag, vom Alltagsrassismus, vom institutionellen Rassismus, von den ganzen strukturellen Ebenen des Rassismus überall, dass wir so erschöpft sind, das frisst ja unsere Kreativität sozusagen und das ist der Afrofuturismus, gibt sozusagen diese kreative Kraft wieder und erlaubt Visionen zu entwickeln. Vielen Dank. Amann, sag kurz was dazu und danach würden wir ein Lied hören. Ja genau, ich wollte gerne darauf aufbauen, ich fand das super, was ich von dir gehört habe, Natascha, und ich finde auch diese diese Aneignungsdebatte ist absolut relevant und wichtig und vor allem, wenn es um große Gelder geht, die mit der Kultur verdient werden. Ich finde, und es ist immer wichtig, anzuerkennen, dass es eine schwarze Kultur ist, in der wir quasi als Gäste sind, wie wir nicht Schwarzen. Ich würde aber vielleicht auch nochmal die andere Perspektive dazu aufmachen, nämlich, hast du mir Raphael damals erzählt und ich kenne die Geschichte auch von Kumpels aus meiner Crew und Q hat auch gerade das erwähnt, als Ossi in Hip-Hop reinzukommen. Raphael, du hast das damals erzählt von jemandem in Saxons, eine Freundin von uns, die auch Breakdance tanzen, oder Breaking, und der kam aus einem Dorf in Sachsen, wo es normal in der Jugendkultur war, ein Nazi zu sein. Und das war das Normale, die normale Jugendkultur. Und er hat dann angefangen mit Breaken und über Breaken hat er irgendwann verstanden, dass das vielleicht ziemlicher Bullshit ist, ein Nazi zu sein. Und für mich und für einen ganzen Großteil meines Freundeskreises hat eben auch diese Identifikation mit der Kultur und das Ausleben dieser hat eben eine Solidarisierungsperspektive eröffnet und auch eine antirassistische Perspektive eröffnet, die man, glaube ich, sehr gut über Bildungsprojekte etc. nutzbar machen kann. Und Bambata ist eine sehr widersprüchliche und schwierige Figur, aber er war eine der Hauptpersonen, die eben auch eine Einladung ausgesprochen haben, im Sinne von der Universal Zulu Nation, dass die ganze Welt teilhaben soll. Und für meinen Doktor habe ich einen Rapper in New York interviewt, der genau auf diese Frage eingegangen ist, die ja auch, wie du erwähnt hast, Natascha, dass das alles so globale Popkultur ist, eigentlich komplett schwarze, afrodiasphorische Kultur. Und das kam ja auch in dem Public Enemy Video, sagen sie, Elvis ist der King, aber für wen so, nicht für mich, meine Helden sehen anders aus. Und wenn man so, also der Typ, den ich interviewt hatte in New York, hat gesagt, alles andere haben sie uns weggenommen, Jazz, Rock'n'Roll, so alles, Soul, R'n'B, alles haben sie uns weggenommen. Aber Hip-Hop konnten sie uns nicht wegnehmen, weil wir haben es verschenkt. Wir haben von Anfang an eine Einladung ausgesprochen und deswegen konnten sie es uns nicht wegnehmen. Ich denke trotzdem, dass aus dem Praktizieren der Kultur sich halt eine Verantwortung ergibt, genau diese schwarze Geschichte mitzuerzählen und die Unterdrückungsmechanismen zu erzählen und dagegen anzugehen und das über Bildungsprojekte zu machen. Aber ich finde, das ist auch nochmal so eine Besonderheit von der Hip-Hop-Kultur in diesem ganzen Rahmen, den du gerade sehr gut erklärt hast, Natascha. Genau, deswegen, antirassistischer Hip-Hop ist das Ding. Dann das Wort an Q und danach hören die Hallo, der uns mal wieder die Möglichkeit gibt, zu träumen, zu denken, was wir gerade hier erleben und danach wieder in die Worte zu gehen. Q, it's your turn. Ich wollte auch nur dazu ganz kurz sagen, dass natürlich, also was ich super wichtig finde, was Natascha, was du gesagt hast, auch das Thema Wissenschaft, dass auch heutzutage immer noch so getan wird, als wäre Immanuel Kant jemand, der uns vorangebracht hat. Dabei hat der den Rassismus in Europa eigentlich mitgestaltet, mit salonfähig gemacht. Und das ist etwas, was ich super wichtig finde, dass man halt auch, dass die Lernprozesse innerhalb dessen, was wir alle lernen, gerade wir als weiße Personen lernen, dass man das auch entkolonialisiert und da auch klar macht, woher das kommt. Und zum Thema Hip-Hop, da würde ich mich Saman auch nochmal anschließen. Ich bin mit Hip-Hop sozialisiert worden und auch politisiert worden zu einer Zeit, als wir in der DDR gelebt haben. Und zu DDR-Zeiten war das so, dass im Endeffekt am Anfang, also Hip-Hop ist zu DDR-Zeiten wirklich sehr ambivalent gewesen, weil als die Kids angefangen haben, das zu machen, war das auch eine Auflehnung gegen das System. Das war etwas, man hat das nicht betrachtet als wir sind weiß und privilegiert, sondern das war ein Klassending. Man hat das gesehen als Klasse und wir haben die Möglichkeiten nicht gehabt, irgendwas zu tun und haben dann mit Hip-Hop eine Selbstverwirklichung, ein Empowerment erlebt. Und am Anfang hat die DDR-Regierung auch ganz klar dagegen geschossen, hat die Leute, die gebraked haben, von der Stasi einsammeln und verhaften lassen. Und erst dann, und deswegen sage ich Ambivalenz, hat die DDR-Regierung irgendwann festgestellt, aha, das ist ja von einer marginalisierten Gruppe in den USA, das ist gar nicht imperialistisch, das ist ja eigentlich etwas, was irgendwie Gegensystem ist. Und dann fing die DDR-Regierung auf einmal an, die ja auch ein totalitäres, diktatorisches System war, Hip-Hop zu unterstützen. Und deswegen war Hip-Hop in DDR-Zeiten auf einmal auch so populär, weil es von der Regierung auf einmal Projekte gab und Dance-Battles gab. Das hieß natürlich zu Ost-Zeiten anders, aber das war halt eben so eine ziemlich ambivalente Haltung. Aber wir haben das gar nicht gesehen als Aneignung in dem Sinne, sondern wir haben uns die Komponente des Aufstandes als unterdrückte Menschen, die ihre Meinung nicht sagen durften, unabhängig von der Hautfarbe. Dafür waren wir gar nicht sensibilisiert zu Ost-Zeiten. Aber wir haben uns diese Komponente natürlich genommen. Insofern kann man schon von einer Art Aneignung sprechen, aber das war jetzt nicht aus einer Überlegenheits- Perspektive heraus, sondern wir haben uns die Komponenten genommen, die uns gesagt haben, wir können uns gegen das System auflehnen, weil wir sind eben quasi auch auf irgendeine Art und Weise unterdrückt. Und ich glaube, diese Art von Komponente hat Hip-Hop auch möglich gemacht, sich weltweit so zu etablieren. Egal, welche Hautfarbe dahinter steckte oder welche Unterdrückungs- oder Diskriminierungsform dahinter steckte, dass es am Ende eine schwarze Kultur ist, das muss man anerkennen. Natürlich. Auch als weiße Person, ich erkenne das auch an, aber prinzipiell war die Herangehensweise an Hip-Hop natürlich trotzdem durch Unterdrückungserfahrungen geprägt. Das wollte ich nur noch mal zum Ausdruck bringen, dass das ja da auch eine Rolle gespielt hat. Danke. Vielen Dank dafür. Voice to the Voiceless. Natascha, möchtest du gleich nach dem Lied hintermachen? Es geht direkt dazu. Direkt dazu. Direkt wieder die blinden Flecke hier alle aus dem Weg räumen. Weißt du? Natürlich kam es auch Rassismus in der DDR. Weißt du? Also ich fand deine Geschichte super spannend. Jetzt habe ich deinen Namen vergessen. Deine Geschichte ist super spannend. Aber es gab auch Rassismus in der DDR. Und das ist wieder so ein blinder Fleck. Weißt du? Und wenn wir diese Geschichten, wenn du deine Geschichte miterzählst, mit Geschichte des Rassismus in der DDR verbindest, ist es doch eine andere Geschichte. Und das finde ich halt extrem wichtig. Und das ist, warum ich das als aneignend empfinde. Das ist nochmal wirklich da diese blinden Zwecke sichtbar zu machen. Darum geht's doch. Letztes Wort habe ich. Bitte nicht das letzte Wort. Ich will das letzte Wort gar nicht haben. Aber ich wollte darauf nur ergänzend sagen, dass mir das bewusst ist, Natascha. Also ich wollte nicht sagen, dass wir, also diese blinden Flecken, die wir damals hatten, deswegen meinte ich, ich hatte damals nicht diesen Sensibilisierungsraten. Das heißt, aus jetziger Perspektive ist mir das bewusst. Aber damals war es uns nicht bewusst, aber dass es Rassismus in der DDR gab, ohne Frage, hundertprozentig. Und deswegen ist das natürlich ein Zweifel. Definitiv. Weil wir doch in die Zukunft blicken. Das ist doch meine Einladung an dich. Damals hast du es nicht gewusst. Okay, aber wenn du es heute weißt, dann erzähl die mit. Weißt du? Weil das ist das, was wir auch, that's why black lives matter. Verstehst du? Das brauchen, die Form von Unterstützung brauchen. Erzähl unsere Geschichten mit. Das ist meine Aufforderung. Du weißt es doch jetzt. Okay. Den Song, den ich jetzt spiele, den habe ich bewusst gewählt und nicht Feel free, sondern Mama E. Genau. Und der Song heißt Mama E und der hat eine sehr starke spirituelle Aussage eben, dass die Welt, auf der wir leben, eine Mutter ist und dass die erste Person, die uns ins Leben vermittelt, zwischen uns und dem Leben, dass es die Mutter ist. Und das ist sehr interessant, ist die gesamte, die gleiche Denke wie die Native First Nations in Südamerika. Und dieser Song ist aber sehr stark aus der Fuller-Kultur. Und nochmal ein Appell daran, in allen Paradigmen, die wir aufstellen möchten, lass uns mal in sogenannten indigenen Communities gucken, wie für Ansätze, um Machtstrukturen abzubauen oder genau, also Mama E. Und danach geht's weiter. Das ist nicht das Ende. Könnt ihr mich hören? Musik Mama Mäwani makelema, jati dimäkelema-wo yun. Mamae, mamae, wani na nasinde. Mamae, mamae, adun na kelema. Mamae, mamae, anakelima. Mamae, mamae. Mamae, mamae. Mamae, mamae. Mamae, Mamae, Mamae Ich hoffe, das geht nicht auf meine Redezeit. Ich hoffe, das geht nicht auf meine Redezeit und ich habe trotzdem noch Zeit, was zu sagen. Verbal. Liegt los. Liegt los. Sehr gerne. Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar, was hier deutlich wird, ist ein großes Hindernis im Kampf gegen dieses Monster. Ich nenne es das Monster oder das System oder was auch immer. Und zwar gibt es verschiedene Widerstandsgruppen mit verschiedenen Identitäten. Die laufen bis zur gewissen Weise in eine Richtung. Aber wie, ist die Frage für mich. Wie können unterschiedliche Widerstandsbewegungen, die diese große Machtstruktur, die aus Kolonialismus, Sexismus, aus vielen Diskriminierungsformen besteht, wie können die besser zusammenkommen? Wie können die besser in Einrichtung laufen? Weil es gibt sehr, sehr viel, was sich scheinbar von vornherein ausschließt oder wieder spaltet. Und ich habe auch nach einem Paradigma gesucht und ein Umbrella, unter dem man gemeinsam kämpfen kann miteinander gegen dieses System. Und ich bin bisher nur auf ein einziges gestoßen. Und zwar ist das das Paradigma der globalen Gerechtigkeit. Und zwar meine ich damit ein Paradigma, welches Menschen allen Wesen auf dieser Welt gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen, zu Teilhabe ermöglicht, ohne eine Hierarchisierung. Okay, ich habe bisher nichts anderes gefunden, aber ich finde das sehr, sehr wichtig, weil als ihr euch vorgestellt habt, mit der Urbane kam sofort von uns irgendwie so Schwierigkeiten, Knackpunkte. Aber ich finde heute ist es so wichtig, Solidarität etablieren zu können. Warum? Weil dieses System, dieses koloniale, diskriminierungsrassistische Unterdrückungssystem ist sehr performant. Das ist sehr stark. Wir haben uns mit einem sehr, sehr riesen Gegner zu tun, der in sehr vielen Ebenen, eigentlich auf allen Ebenen sehr stark ist. Wir sind nicht am Drücker, wir sind eher in der Unterdrückung. Und deshalb ist es, gibt es, es gibt einfach einen Riesenbedarf zusammenzukommen. Und das ist, das interessiert mich, würde ich gerne von allen wissen, ja, wie könnten wir das hinkriegen? Wie können wir zusammenkommen? Wie? Erstmal super lieben Dank, Abdurrahim. Es war wunderschön. Richtig, richtig schöner, toller Song. Hat großen Spaß gemacht, dazu zuzuhören. Genau, und ich glaube, dass die Antwort ist so ein bisschen auch das, was du gerade gemacht hast. So, dieses Zusammenkommen, was für mich halt auch so ein bisschen so mein, das Spirituelle in der Hip-Hop-Kultur ist, warum ich die Hip-Hop-Kultur so liebe und feiere und auf allen Ebenen sehr gut finde, die Branches und positiven Anteile davon, ist halt, dass sie Menschen zusammenbringt und dass Kultur, kulturelle Praxis wirklich Menschen zusammenbringt. Und das ist, glaube ich, was Urmenschliches, was über auch die Kolonialisierung Europas, bevor Europa den Rest der Welt kolonialisiert hat, gab es hier super viele indigene Tanz- und Gesangstraditionen etc. Und so, die sind alle verloren gegangen. Und ich glaube, diese autoritäre, faschistische Charakterzüge, die wir auch gerade hier in Deutschland allzu sehr gut kennen, haben auch viel damit zu tun, dass genau diese spirituellen und gemeinschaftlich Solidarität schaffenden Mechanismen verloren gegangen sind. Und da ist für mich halt nicht nur Hip-Hop, sondern Kultur generell halt eine der Antworten. Und wenn ich mir so ein bisschen angucke, was diese Nachbarschaftszentren machen, die ich mir jetzt für heute so, dass sie vorstelle, die machen eben genau das. Also El Puente ist ein Nachbarschaftszentrum in Brooklyn-Williamsburg und die haben unter anderem halt Hip-Hop, aber auch Bombay Plena und Salsa und Merengue und so weiter und haben ganz viele intergenerationelle Kulturprojekte. Und die machen mit den Kids gemeinsam zum Beispiel Theaterstücke, jedes Jahr ein Theaterstück. Und das sind vor allem Kids of Color, aber da sind auch Weiße dabei und Schwarze vor allem. Und die machen jedes Jahr ein großes Theaterstück zu einem großen Thema, zum Beispiel Climate Justice. Wie können wir das Überleben unseres Planeten retten? Und dann in diesem Theaterstück entstehen große Figuren, mit denen gehen sie auf die Climate Marches. Dann haben sie eine eigene Schule, wo sie Bildung abdecken und so weiter. Und ich glaube, dass wenn wir wieder mehr die kulturellen Wege suchen, dass wir dann auch ganz viel an diese großen Unterdrückungsformen rankommen. In dem Sinne vielleicht ein ganz kleiner Vorschlag von mir. Antikoloniale Bildungsprojekte an deutschen Schulen etablieren. Ich meine, jetzt hier sind einige Leute im Chat, die wahrscheinlich auch irgendwie Kontakte haben und Inhalte haben. Und Abdu Rahim und Natasche, ihr seid eh die ExpertInnen auf dem Gebiet. Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, waren in Schulklassen reingehen, mit den Kids Rap-Videos gucken und dann über Themen reden. Und auf einmal hast du die ungeteilte Aufmerksamkeit aller Kids. Und wenn wir jetzt zum Beispiel BSMG, so Black Superman Gang, nehmen und daraus ein Curriculum schreiben, einen Lehrplan für deutsche Kolonialgeschichte und für neokoloniale Ausbeutung. Und wenn wir das verbinden mit zum Beispiel einem Blick auf Sankara und Thomas Sankara, für die, die es nicht wissen, wird so Stereotyp immer gehandelt als der Che Guevara Afrikas, eine sehr starke Figur. Und der hat zum Beispiel gesagt, alle reden von Imperialismus, aber wo ist der Imperialismus? Um auch zu Rosa Lutzen zu reden. Auf eurem Teller. Auf eurem Teller, genau. Und dass man dann zum Beispiel... In eurem Teller, ja. Genau. Wenn man darauf zu sprechen kommt und dann sagt zum Beispiel, aber was passiert denn da? So, als ich im Senegal war, in Auchan, fast alle Produkte kommen aus Europa. Hähnchenflügel, die Abfälle von unserer Massentierhaltung landen dort im Supermarkt. Und 40% des EU-Haushaltes, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 40% des gesamten EU-Haushaltes geht für Agrarsubventionen drauf, die an große Agrarunternehmen fließen, die alle ihre Abfälle nach Afrika abladen und dort lokale Subsistenzbauern, deren Existenzen zerstören. Das meine ich irgendwie, wenn ich sage, wir haben es mit einem sehr großen, mächtigen Gegner zu tun. Der Letzte, gerade vorgestern hat Bundeskanzlerin Merkel in ihrer Rede für die... Deutschland wird ja für die nächsten sechs Monate EU-Vorsitz haben. Und sie hat als obersten Punkt, als einen obersten Punkt auf die Agenda die Afrikapolitik der EU auf die Agenda gestellt. Mit genau diesem Zweck Landgrabbing, Einflussnahme und vor allen Dingen jetzt schon die Reden einstellen und vor allen Dingen mit unseren eigenen korrupten Machtstrukturen, die müssen wir auch in den Blick nehmen, jetzt die nächste Dekade im Prinzip der Unterdrückung, der Ausbeutung vorzunehmen. Ich wollte nochmal an eines knüpfen, was ich immer wieder versuche klarzumachen. Ich konnte, als ich in den USA und in Kanada war, auch in Guyana, konnte ich Native American Communities kennenlernen. Und mit Verlaub, das ist für mich eigentlich die Community, die als erstes am stärksten vom Kolonialismus und vom eurozentristischen Imperialismus betroffen war. Und ganz, ganz, ganz stark darunter gelitten hat. Also es ist eigentlich auch sehr viel Ausrettungspolitik passiert. Diese Community ist viel stärker vernichtet worden, auch physisch vernichtet worden, als wir. Ich muss auch sagen, wir haben überlebt. Wir haben das überlebt. Wir sind noch da. Aber sehr viele von denen sind nicht da. Und meine Antwort auf meine Frage eben ist auf jeden Fall ganz starke Solidarität und Wertschätzung mit Gruppen, die sehr lange im Widerstand sind und sich besonders von dort auch inspirieren lassen. Also ich konnte, ich kann euch eine Aktivistin, das knüpft an das an, was du gesagt hast, Saman, die heißt Layla Jones. Vielleicht kennen einige die. Die ist Diné, also fälschlicherweise Navajo genannt. Und sie hat in ihrer Arbeit, ist sie gestoßen auf indigene Völker in Europa, nämlich die Sami, die in genau derselben Interdrückungsrahmen leben müssen, wie die Native Americans zu Zeiten der Kolonialisierung Nordeuropas. Und sie sagt, genauso wie du gesagt hast, ja, wir können nur zusammenkommen, wenn wir, die als letztes sehr, sehr stark Kolonialismus und Imperialismus Vernichtung erlebt haben, versuchen, das mit einzubeziehen, dass ursprünglich Europa auch Kolonialismus, Imperialismus, Zwangskristianisierung und Ausrottung von indigenen, native Denkweisen und Lebensweisen erfolgt hat. Weil ich weiß, das ist sehr provokativ. Es ist sehr provokativ, gerade für People of Color, Weiße mit einzubeziehen in den Kampf. Das ist immer noch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber vielleicht, wenn euch mal diesen Ansatz von Leila June anguckt, die definitiv sehr stark die Kommunikation unter dieser Verletzung von Weißen erlebt, wenn sie uns das anbietet, dann ist das für mich irgendwie was Neues. Weil vielleicht schaffen wir daraus eine gemeinsame Erinnerungskultur zu entwickeln, gemeinsam auf dieses, auf dieses, auf das zu gucken und eine größere, breitere Front aufzumachen. Aber wie gesagt, das ist nicht einfach, aber ich möchte mal gerne euch, euch dazu hören, was, 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 Leila June, guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist Wahnsinn. Ich habe mir gerade Leila Jones schon aufgeschrieben. Ich kenne diesen Denkansatz von, Leila? June, J-U-N-E. Ich tue es, ich tue es in den Chat. Vielen Dank. Ich kenne dieses Argument von John Trudell, auch dem Native American, der das auch mal so formuliert hat, dass diese Ausbeutung und das Unterdrückungssystem die Leute in Europa schon viel länger ertragen haben und sie halt jetzt seit 500 Jahren. Ich glaube, wir haben in den letzten eine Stunde und zwölf Minuten ganz gut einen Rahmen gefasst von dem, was uns gerade in der Welt bedrückt. Und was wir als unhinnehmbar wahrnehmen, die nächsten 20 Minuten würde ich gerne allen von uns die Möglichkeit geben, eine Utopie zu spinnen. Also nehmt euch zwischen einem Satz und drei Minuten Zeit, eine Geschichte zu erzählen, eine Utopie zu leben. Und dann würden wir danach nämlich noch ein Lied hören und dann in die Q&A gehen und die Diskussion quasi für alle öffnen. Gibt es jemand, der anfangen möchte? Zaman. Okay, ich opfere mich. Die Aufgabe, die du gestellt hattest, Raphael, war ja so ein bisschen Utopie aus Sicht für mich eines kleinen zehnjährigen Jungen. Ein Tag in der Utopie, wie sieht das aus? Und das geht vielleicht auch so ein bisschen ran an alles, was ich bis jetzt so gesagt habe. Zu Abdurrahim wollte ich noch sagen, ja super, lass uns auf jeden Fall alles zusammenbringen. Die Black Panthers haben es vorgemacht, auch schon mit der Rainbow Coalition. Und das ist quasi jetzt die Sicht darauf, wenn wir das geschafft haben, diese ganzen, das Monster, wie du es kannt hast, zu überwinden. Also, ich wache auf. Es ist morgens und das männliche Team für Care-Arbeit macht Frühstück. Ich trinke meinen Kakao, gemeinschaftlich sitzen wir am Tisch. Wir lachen gemeinsam und planen unseren Tag. Und direkt danach gehe ich zu meiner inklusiven Sankara-Kiez-Kulturschule. Diese ist in einer alten sogenannten Mall. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist über 100 Jahre alt. Aber ich verstehe diese ganzen alten Konsumtermine eh nicht. Aber irgendwie haben wir das mittlerweile schön bepflanzt und es wächst alles grün. Und es ist ein wunderschöner Ort, an dem wir viel lernen. Erste und zweite Stunde ist die Theaterstunde. Wir machen Tanz, Malen, Rap und Gesang. Und jeder und jede darf nach Interessen und Bedürfnissen und Fähigkeiten machen, was er oder sie oder sie am liebsten mögen. Und wir bereiten ein großes gemeinsames Theaterstück vor, wo wir die Geschichte erzählen der großen demokratischen Transformation und wie wir das Monster besiegt haben. Nämlich der Kampf meiner Großeltern und Eltern mithilfe einer internationalistischen, solidarischen Selbstorganisierung, breiten Allianzen im Sinne der Rainbow Coalition, der Black Panther und so weiter. Auch schon die letzten Jahre haben wir das gemeinsam gemacht mit meinen Schwestern und Brüdern aus dem globalen Süden. Nämlich über Hologrammtechnik haben wir die verschiedenen afrikanischen und lateinamerikanischen Länder nachgespielt und wie sie den Kolonialismus und den Neokolonialismus besiegt haben, gemeinsam mit unserer Hilfe hier im globalen Norden. Dritte und vierte Stunde. Wir setzen unsere Virtual Reality Brillen auf und tauschen aus mit Communities in dem, was früher mal Mexiko hieß. Und zwar lernen wir von den Zapatistas, lernen wir Urban Gardening und wie wir wegkommen von Monokulturen und so weiter und pflanzen diese Sachen direkt bei uns im Schulgarten an. Fünfte, sechste Stunde Forschendes Lernen. Wir gehen in das Trans-, Queer- und Frauenhaus bei uns im Kiez und helfen Ihnen gemeinsam, ich habe nämlich Kurdisch Unterricht, die Gerichtsbarkeitsanleitungen aus Rojava für Frauenhäuser und Frauengerichte zu übersetzen. Danach gibt es ein Mittagessen in der Schule, alles aus unserem eigenen Schulgarten angebaut natürlich. Siebte und achte Stunde Programmieren und Technik. Ich schreibe die KI, die für ökologische, global gerechte Verteilung sorgt. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, wir alle arbeiten darin gemeinsam. Und da wir im Fully Automated Queer Space Democratic Communism leben, wurde die mechanische Arbeit mittlerweile komplett von Robotern übernommen, sodass ich am Nachmittag nach der Schule ganz viel Zeit habe, mit meinem Elternkollektiv schwimmen zu gehen. Und wir treffen uns zu einem gemeinsamen Abendessen in unserem Kiez-Kulturzentrum, wo wir gemeinsam Breaking üben, eine über 140 Jahre alte Tanzform, die super irre ist und die von afro-diasporischen Communities entwickelt wurde und die einen Riesenspaß macht. Vielen Dank, dass du das so... Vielen Dank für den Mut. Ich habe mich nicht getraut, so etwas zu schreiben, deswegen vielen Dank für den Mut zu träumen. Möchte jemand als nächstes? Q, legt los. Das ist natürlich unglaublich schwer nach dieser Vorlage. Ich glaube, deswegen blieben die Hände auch erst mal unten. Ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich bin im Herzen so ein bisschen der klassische Anarchist, der natürlich eine Utopie anstrebt, in der alles hierarchielos ist, in der wir alle gleichwertig sind, unabhängig von sämtlichen Herkünften, Hautfarben und allem, was wir politisch gerade aufgebaut haben, was uns trennt. Für mich ist es aber am Ende gewesen, dass ich das so ein bisschen pragmatischer sehe und sage, wir müssten eigentlich die Utopie jetzt schon beginnen, indem wir in Deutschland zum Beispiel aufhören, Leute wie Immanuel Kant zu lehren, sondern einfach mal an Anton Wilhelm Ammo denken, der ein schwarzer Philosoph war, der in Halle auch bekannt war, der aber in Deutschland nicht stattfindet, obwohl er ein deutscher schwarzer Mann war, der vor mehreren hundert Jahren schon eigentlich eben diese weißen Menschen zum Schweigen gebracht hat mit seinen Schriften. Und dadurch ist es für mich eher der Pragmatismus zu sagen, wir sollten eher versuchen, uns zu einen, uns nicht spalten zu lassen durch dieses Monster und vor allen Dingen uns als weiße Personen auch unserer Privilegien bewusst zu sein und zu lernen, zuzuhören und dafür zu sorgen, dass wir am Ende eben das erreichen, was wir alle wollen, nämlich eine Gleichwertigkeit zwischen allen Menschen, die die Unterschiede würdigt, aber uns alle gleichwertig behandelt. Vielen Dank, vielen Dank. Tash? Ich? Dein Mic ist open. Ja. Ich glaube, es geht auch ein bisschen tatsächlich in die Richtung. Also ich sage ja immer wieder, ich bin die Vision meiner Vorfahren. Meine Vorfahren, die gekämpft haben für Freiheit, für etwas, was sie überhaupt nicht greifen konnten, was sie überhaupt nicht wussten, was es sein würde und ob sie überhaupt dahin kommen, ob es ein Ort ist, ob es ein Gefühl ist, ob es etwas ist, was du anfassen kannst, wussten sie ja nicht. Sie wussten aber nur, es ist etwas schon spirituell, sie wollen frei sein und dass ja eigentlich zu jedem Menschen auch Freiheit gehört. Und diese Vision, für diese Vision haben sie gekämpft. Und ich bin ein Stück weit diese wahrgewordene Vision, wie alle anderen schwarzen Menschen und Nachfragen von kolonialisierten afrikanischen Menschen. Und ich glaube, dass wir es, wir schulden es Ihnen, ich schulde es allen, jeder Frau, jedem Mann, jeder Person, die vor mir kam, schulde ich neue Visionen. Visionen von einer Zukunft, wo wir vielleicht tatsächlich auch in diese Freiheit, was auch immer es ist, ankommen und wo wir nicht mehr kämpfen müssen. Und da setze ich an. Danke, viel Respekt dafür. Wir sind die Vision unserer Vorfahren. Ich glaube, dieser Satz geht mir seit Sonntag nicht mehr aus dem Kopf, als ich ihn das erste Mal von dir gehört habe. Ich habe vorhin mit einem Freund telefoniert, der über Selbstmord nachdenkt und wir haben länger gesprochen und ich habe irgendwie versucht zu beraten und am Ende... Oh, hört ihr mich die ganze Zeit? Und im Endeffekt die zwei Sachen, die er am meisten beschrieben hat, was ihn so zerreißt, ist... Wirtschaftliche Angst, also dieses Gefühl, wir dürfen nur leben, wenn wir Geld haben oder wenn wir Gewinn machen, also dieses Existenzangst einfach aufgrund von kapitalistischem Druck. Und als zweites, die menschlichen Beziehungen um einen herum haben nicht die Qualität, die sie eigentlich haben sollten, sondern drehen sich hauptsächlich um diese Zwänge und Drucksachen. Und ich habe gedacht, wie schön, ich will das erleben, dass ich auf einer Welt lebe oder zumindest in einer Gesellschaft, in der für alle klar ist, dass sie ein Existenzrecht haben, egal wie viel Gewinn sie machen. Und wo allen klar wird, dass unsere Lebensqualität nicht mehr nicht mehr haben, sondern aus den Beziehungen zu Menschen um uns herum. Das ist die Lebensqualität. Und da eine Gesellschaft, die nicht mehr stolz ist auf ihren Bands, sondern stolz ist darauf, dass sie Freunde hatten, Leute haben, die sie lange kennen, mit denen sie durch dick und dumm gegangen sind, Leute, die einem das Leben schön machen. Und das ist meine Utopie. Ein Weg von diesen ganzen Illusionen hin zu dem einzigen, dem wir nie entkommen können. Und das ist Zwischenmenschlichkeit und sich verbinden. Und in diesem Sinne gebe ich gerne das Wort weiter. Ja, ihr habt mir diese schönen Aspekte von einer fantastischen Utopie schon alle vorweggenommen. Und deshalb habe ich mich entschieden, doch zu einer, versuchen zu einer realistischeren Utopie hinüber zu gehen. Also, ich würde mir sehr wünschen, also auch ganz realistisch, wenn alle Verbrechen, die durch Kolonialismus und rassistischen, diskriminierenden und faszistischen Politiken in der Vergangenheit, wenn Menschen und Gruppen von Menschen angetan worden ist, wenn die anerkannt würden und zwar wie anerkannt würden, also auch politischer Ebene anerkannt würden, mit Reparation und Reparation heißt nicht nur Geld. Das heißt besonders auch eine Art Räume, internationale Räume schaffen für Heilung. Weil ich war vor kurzem letztes Jahr in vielen Ländern Westafrikas, ich war wie gesagt auch in Guyana, wo immer noch die Spuren, diese gesellschaftlichen, soziopsychologischen Traumas so tief in Communities stecken. Diese Verletzung ist so groß und wir kommen gar nicht dazu, über Heilungsprozesse zu sprechen. Und das ist so wichtig für die Identität, für das Selbstbewusstsein überhaupt, um in den Widerstand zu gehen. Man braucht Kraft und Selbstbewusstsein dafür und man braucht Heilung dafür. Also das ist auf jeden Fall eine Utopie für mich, wenn eine Art Anerkennungskultur etabliert wird, die sich auswirkt auf eine Neubewertung und Neuschreibung der Geschichte. Und zwar auf gar keinen Fall aus eurozentristischer Perspektive, also die Geschichte muss allgemein neu bewertet und neu geschrieben werden und neu gelernt werden. Und das ist mein nächster Schritt, also das Bildungssystem. Ich würde mich so freuen, also wenn in dieser Utopie es so wäre, dass ja alle Kinder, alle Jugendlichen diese Geschichte dann lernen, auch richtig lernen, mit der Geschichte des Widerstands, mit allem, was viele Völker und Menschen des globalen Südens beigetragen haben zu der Welt, die heute ist und die aber nie genannt werden. Dann auf jeden Fall so eine Art Charta der globalen Gerechtigkeit statt dieser SDGs, die immer noch sehr stark eurozentristisch sind und dann wären wir von mir aus, von mir für mich schon einen großen Schritt weiter. Und so eine Art Panel, wenn es das gäbe, der Solidarität von allen Völkern, die unterdrückt worden sind und noch immer unterdrückt werden und dass die eine Art Beirat wären, zum Beispiel zur UN und die gehört werden müssen. Und die wirklich so eine Art starkes Wort hätten, hey, das nicht, so nicht, sondern eher so. Genau, das ist ein bisschen so gerade entstanden in meinem Hirn, weil alles, was ich sagen wollte, wurde schon gesagt. Vielen, vielen Dank dafür, dass du unsere Utopie nochmal ein bisschen konkreter gemacht hast und vielleicht noch in die Zeit der Dekade der Menschen und afrikanischer Herkunft reingepasst ist. Und jetzt als Laufbist, Niki Dracos. Hallo, ja, ich hatte mich vorab eigentlich gemeldet, weil ich wollte eigentlich nicht als Letzte sprechen, aber es ist eigentlich auch ganz cool, weil es ist eigentlich schon fast alles gesagt. Ich fand es auch super fantastisch und toll und habe mit euch geträumt und bin auch total bewegt und würde auch sehr, ja, so wie Abdurahim, so sehr realistische Sachen für mich formulieren, die mich auch politisch einfach beschäftigen. Also in dem, was ich erreichen möchte politisch und in dieser Utopie sind Reparationsleistungen, egal in welcher Form jetzt, das wird zu bestimmen sein von den Menschen, von den Kolonisierten zu bestimmen sein, die diese Reparationsleistungen zu erfolgen haben und sind bereits etabliert und vielleicht sogar schon abgeschlossen. Es gibt Bewegungsfreiheit auf unserem Planeten. Es gibt keine Einschränkungen, dass manche Menschen mehr oder weniger reisen dürfen oder sich bewegen dürfen auf diesem Planeten als andere. Und über eine nachhaltige, gut geplante und sehr viel intensivere, rassismuskritische, intersektionale, diskriminierungssensible. Bildung, queerfeministische Bildung ist auch schon längst ein, dieses Menschenbild, von dem ich vorhin erzählt habe, schon viel mehr etabliert. Und sodass das System der Weißen Vorherrschaft tatsächlich dekonstruiert werden konnte. Und alle Menschen und das hat dadurch, dazu war es notwendig, dass alle Menschen verstanden haben, wie es funktioniert, dass sowohl das Patriarchat als auch das System der Weißen Vorherrschaft und sind in diesem Reflexionsprozess dahin gekommen, um zu verstehen, wie die eigene Position ist in dieser Welt und haben aus dieser Reflexion das Bedürfnis entwickelt. Nicht dem Zwang unterlegen, sondern das Bedürfnis entwickelt, das Richtige zu tun oder in die Richtung dieser globalen Gerechtigkeit, wie Abdulahin das gesagt hat, zu handeln und sich dafür zu investieren. Und ja, in meiner Utopie ist das ein langer Prozess, aber er kann auch, er muss nicht so wahnsinnig lange dauern. Es ist eine Frage, es war eine Frage der kritischen Masse. Und es wurde eine kritische Masse erreicht, die diese Politiken oder dieses Bewusstsein auch transportiert hat, weitergetragen hat. Und vor allem waren es nicht weiße Menschen, die das geschafft haben, sondern vor allem waren es schwarze Menschen und Menschen of Color oder Kolonisierte oder der globale Süden, der da ganz vorne, ja, sich da ermächtigt hat. Vielen Dank, Niki. Ich glaube, es ist wichtig, nochmal Punkte darauf zu setzen, auf diese Freiheitskämpfe der Menschen in der... Jetzt wink, wink, wink. ...Systems. Wir sind so punktlandungsmäßig... Sorry, wir haben noch eine Utopie. Die Aisha-Tattoo hier, die wollte uns wirklich noch eine Utopie geben. Die ist sechs, ne? Ja, und sprich. Hallo, ich bin Aisha und ich will, dass die Welt sauber ist und dass gar keine Menschen alles auf den Boden schmeißen. Und dass es Frieden ist. Vielen, vielen Dank. Cool. Next Generation. Wir versprechen dir, dass wir daran arbeiten, okay? Siehst du. Wir nehmen es in unsere To-Do-Liste von unserer Partei auf. Auf dem Straßenkommunik. Vielen Dank für diese Utopie. Ich merke beim Machen, wie sehr es notwendig ist, dass wir ab und zu uns das mal erlauben. Wir sind jetzt 20.30 Uhr angekommen, das Ganze zu öffnen für Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Frage an uns alle ist, was halten wir von Afro-Zensus? Kurz zur Einordnung. Afro-Zensus ist, glaube ich, ein Projekt von EOTO, was zur Zählung von schwarzen Menschen in Deutschland, vielleicht auch People of Color, dazu Daten erheben möchte. Und, ach, Niki sagt vielleicht was dazu. Vielleicht sage ich es auch falsch. Auf jeden Fall, was haltet ihr von Afro-Zensus und wer kann das vielleicht kurz einordnen? Natascha, hast du davon schon was gehört? Niki? Ich habe nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich ziemlich sicher bin, oder zu 99.30 Uhr, dass es tatsächlich um Menschen afrikanischer Abstammung geht. Und da jetzt den Begriff von People of Color reinzubringen, das so ein bisschen... Nee, ich glaube, da muss ich vielleicht nicht aufpassen. Nee, nee, es geht um afrikanische Menschen, Menschen der afrikanisch-diasporische. Und wie haben sie es definiert? Was war der dritte noch? Und Menschen afrikanischer... What they mean is black. Ja, die haben ihre eigene Definition dafür. Aber letzten Endes meinen die alle schwarzen Menschen, die in Deutschland leben. Und es soll eine Statistik erstellt werden, und sie sind gerade dabei, oder fangen damit an, bis Ende des Jahres, was zum einen die überhaupt die Personenzahl fasst, also spricht, wie viele schwarze Menschen leben in Deutschland. Und mit schwarz ist wirklich People of African Descent gemeint, also nicht People of Color. Das finde ich extrem wichtig. Und das andere ist, dass sie nach Diskriminierungserfahrungen fragen. Und das dritte ist Perspektiven. Das sind diese drei Bereiche, die abgefragt werden. Das wird von ihr Auto gemacht. Und ich glaube, ihre... Also Each One Teach One. Und ihre Zielsetzung ist natürlich das Allerwichtigste, sind natürlich die Statistiken. Weil Statistiken wiederum mit Verteilung einhergehen. Also letzten Endes ein schon sehr eurozentrisch kapitalistisches Vorgehen, wenn ich das mal so vermerken darf. Aber nichtsdestotrotz super wichtig, weil die Statistiken, die sie ja benutzen in Deutschland, wie beispielsweise Menschen mit Migrationshintergrund oder so, da fallen wir ja nicht drunter. Also das ist ja, das löscht uns ja mal wieder aus. Also wir sind ja, das ist ja, da wird ja nicht, das ist ja nicht aussagekräftig. Das ist ja so ein schwammiger Begriff. Und das ist das eine. Und ich glaube, das andere, um wirklich evaluieren zu können, was die spezifischen Erfahrungen, also Diskriminierungserfahrungen sind, um natürlich daraus wieder ableiten zu können, wo die Bedürfnisse sind. Ja, also wo wirklich angesetzt werden sollen. Ich finde, das ist ein wichtiges Projekt, vor allem, was die Statistiken angehen. Kritisch bin ich aber auch gleichzeitig, gerade aus meiner afrofuturistischen Perspektive, weil es digital capital ist. Also wir sind ja mitten des 21. Jahrhunderts bald. Und das dürfen wir halt nicht aus dem Blick lassen, dass es ja auch einen Vektorkapitalismus gibt, einen Vektor Digital Racism. Und das ist ja halt die Frage, wo ich noch nicht meine Antworten habe. Also wie beispielsweise, wem gehören die Daten am Ende? Wer wird die Evaluation machen? Nach welchen Kriterien wird evaluiert? Was sind die Marker beispielsweise? Aber das sind alles Fragen, die ich selbst auch noch für EOTO habe, aber die ihr sie stellen müsst. Aber insgesamt, glaube ich, ist das ein unheimlich wichtiges Projekt. Also ich will jetzt auch nicht hier falsch verstanden werden. Entschuldigung. Ich will das absolut nicht zerreden oder so, sondern wirklich einfach auch nur mal wieder, gerade in der Digital World, wieder diese blinde Flecke aufrufen. Ja, weil die gibt es da auch. Also wir sind nirgendwo frei davon. Und nichtsdestotrotz, informiert euch am besten direkt bei EachOneTeachOne. Ich glaube, das wäre wichtig. Weil wir brauchen die Statistiken, definitiv. Ich habe gerade den Link zu AfroZensus in die Kommentarspalte geschrieben und habe selber am Montag mich bei AfroZensus angemeldet, nachdem ich das Video gesehen hatte. Abdu Rahim. Ja, ich bin Zwiegespalten. Es kommt halt darauf an, wie werden die Daten ausgewertet. Werden wirklich alle Perspektiven, die die afrikanischen Diasporas, so muss man sagen, wir sind sehr unterschiedlich, wir sind sehr divers und wir haben wirklich auch einen hohen Bedarf an Diversity Management, um uns auch alle Positionen, die es hier gibt, gerecht zu werden. Und wie werden die ausgewertet? Werden die nach diesen Kriterien ausgewertet? Bin ich voll dabei, dann ist das cool. Weil es ist natürlich ein starkes Moment, eine starke Aussage, um die Stereotopisierung der Menschen afrikanischer Abstammung in Deutschland entgegenzutreten. Weil die ist enorm. Wir werden immer noch gefragt, in Restaurants wird bei uns bestellt, obwohl wir Gäste sind oder uns das Restaurant gehört. Ihr glaubt nicht an einem Tag, was passiert in Berlin, in der sogenannten modernsten und offensten Stadt Deutschland, was alles passiert, wenn ich einfach rausgehe. Und das ist natürlich, wenn man das veröffentlicht und wenn das sehr, sehr stark promotet wird, auf allen Kanälen hilft es in solchen Städten wie Berlin, aber natürlich auch in einem anderen Land wie Brandenburg, wo ich oft bin, noch mehr, um mit Stereotypen aufzuräumen. Aber dafür ist mir das zu wenig. Das wäre mir zu schade. Warum? Das soll uns auch selbst etwas nutzen. Und daher bin ich gespannt. Ich finde es eine super Idee, aber ich glaube auch, es ist immer eine Frage auch von Finanzen. Wer die Party bezahlt, der macht leider auch die Musik. Und die Ministerien, die hier finanziert haben, muss man gucken, inwieweit die mit diesen Daten umgehen. Und wie gesagt, für uns selbst, für uns selbst als Empowerment, wenn es das wirklich hergibt, dann bin ich, bin ich dabei, bin ich dabei. Ansonsten, ich finde EOTO einen wichtigen Player, einen wichtigen Akteur. Und das ist eine Momentaufnahme. Wir werden uns weiterentwickeln und das ist sehr, sehr ermutigend auf jeden Fall. Aber bei Daten, bei Daten müssen wir immer vorsichtig sein, weil es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Institutionen, die stürzen sich darauf. Und ja, wir wissen, was dann damit passiert. So viel von mir. Wissen ist Macht. Und wie sagte mein Erdkundelehrer, trau keiner Statistik, die du nicht selbst manipuliert hast. Wir sind natürlich froh über A-Prozent, dass es bei EOTO verankert ist. Den traue ich, wenn ich jemandem das zutraue, dann dem. Und ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Ich mache da selber mit. Wir haben als nächste Frage den Begriff des globalen Südens. Wir haben den ja heute öfter mal benutzt. Es gibt ja auch Begriffe wie die Kolonialisierten, die Kolonialisierten, die Kolonialisierten, die Kolonialisierten, die Kolonialisierten, die Kolonialisierten. Welche, brauchen wir einen neuen Begriff? Ist es der Begriff globaler Süden genau genug? Oder geht es eigentlich um die Perspektive des Kolonialisiertwerdens und im Gegensatz dazu die Perspektive des Kolonizers? Was sagt ihr dazu? Abdurahim? Also ich finde schwierig an diesem Diskurs, dass auch, besonders wenn wir nur das Kriterium kolonialisiert worden oder Kolonisationsbetroffenheit oder Erfahrung, das beschreibt uns nicht. Ich weigere mich, mich als Angehörige von den Fulani, das ist ein unglaublich großes Volk, die Fulani, okay, mit vielen Aspekten. Und sogar allein nur die Fulani kannst du nicht als einen monolithischen Volk beschreiben. Und ich finde auch diese, sage ich mal, alle ethnischen und regionalen geografischen Kriterien blöd, um Menschengruppen einzuteilen. Das ist zu wenig. Weil ich finde es auch für uns als Perspektive doof, wenn wir uns nur darauf reduzieren lassen, kolonisiert worden zu sein oder auch nur Rassismus zu erfahren. Weil uns macht viel, viel mehr aus und wir brauchen verdammt nochmal, müssen wir auch irgendwann mal unsere Brille weg davon richten, sondern auf uns selbst, auf alle kulturellen Aspekte, die uns groß, stark, eindeutig, also wie sagt man, wie sagt man, wir sind einzigartig, genau machen und, 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 weil wenn ich in Sahel unterwegs bin mit Menschen, dann sprechen wir nicht über Rassismus. Wir stehen auch nicht morgens auf und sagen, oh, wir sind unterentwickelt. Meine Frau, die Binter, die nicht aus Guinea ist, die hat mich, ich bin mit dem Auto gefahren, ich kam zu spät zu einer Konferenz, ich musste von Den Haag nach Berlin. Die hat einen Satz gesagt, ich bin voll auf die Bremse getreten und habe erst mal 20 Minuten nachgedacht. Die hat mir gesagt, Rahim, weißt du eigentlich, dass ich erst begriffen habe, durch deine bescheuerten Konferenzen mit Entwicklungspolitik, dass ihr glaubt, wir seien unterentwickelt, dann bin ich erst mal stehen geblieben und habe gesagt, ja klar, niemand wacht auf im globalen Süden und mit dem Gefühl, oh, ich bin heute 10% Unterentwickler, ich bin so, nein, das ist keine Perspektive, das ist keine Realität, daran denkt niemand. Und als wir hier in der Diaspora nach Guinea angerufen haben, weil Ebola ausgebrochen ist, haben wir uns irgendwann mal gesagt, sag mal, wir haben kein Ebola, ihr habt Ebola, wir müssen unseren Alltag bestreiten, was wollt ihr eigentlich, lasst uns in Ruhe mit Ebola. Und das meine ich, wir ziehen uns oft Probleme und ganz besonders in der Diaspora, und das ist auch verständlich, Problemidentitäten auf, die eigentlich gar nicht das widerspielen, was wir alles sind. Wir haben so viel mehr, ey, guckt euch die Musik an, guckt euch das alles, die Kultur an, guckt euch Wissenschaft an, was schwarze Menschen, schwarze Kulturen hervorgebracht haben. Und schon wird diese Identität, wir sind kolonisiert worden, viel kleiner. Und deshalb, ja, globaler Süden, schwieriger Begriff, wird jetzt viel benutzt, ich benutze den selber, aber das zeigt wieder, wir haben keinen eigenen Begriff entwickelt. Hey, fällt euch das auf? Wir haben keinen passenden Begriff, der uns beschreibt. Und das wäre ein Punkt, unsere Utopie, bitte, lass uns einen Begriff finden, der uns beschreibt. Ja, genau, ich stimme total zu, das ist super problematisch, irgendwie so viele kulturelle, sonstige Kontexte in einen Topf zu werfen. Ich glaube, dass es vielleicht eventuell in einem ganz begrenzten, in einer ganz begrenzten Perspektive macht, diesen Begriff oder sowas wie Peripherie oder Zentrum zu benutzen, nämlich wenn es um ökonomische Fragen geht und wenn es um Fragen von Ausbeutung geht und wenn man da so historisch darauf schauen möchte, wo und wie eben der globale Norden oder das Zentrum oder wie auch immer man es nennen mag, eben ausbeutet. Und ich glaube, in diesem ganz beschränkten Sinne kann es Sinn machen, diesen Begriff zu nutzen. Wenn man irgendwie über die Menschen redet, dann macht der Begriff halt gar keinen Sinn. Bin ich voll bei dir, Abdurahim. Genau, aber in einem ökonomischen Sinne, glaube ich, macht das schon Sinn, weil historisch gesehen eben über Kolonialismus genau das das gleich machende Merkmal war, dass die Kolonien oder der globale Süden eben Rohstoffe und Arbeitskräfte geliefert hat und das heute im Neokolonialismus eben auch noch genauso tun. Deswegen, glaube ich, macht es in diesem ganz, ganz beschränkten ökonomischen Blick schon Sinn. Diese Hierarchie will ich nicht sagen, weil ich glaube, wir können viel mehr lernen vom globalen Süden, genau wie du es schon gesagt hast, Abdurahim, als andersrum hier. Ja, genau. Das zu benutzen. Vielen Dank dafür, Niki. Ach, mein Mikro ist ja schon an. Ich glaube, auch wenn ich so drüber nachdenke, ja, ich benutze den Begriff auch öfter. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Utopie, die ich, also was ich jetzt gerade gedacht habe, zumindest gar nicht mal so sehr darauf, sich auf diesen ominösen, sogenannten globalen Süden so zu fixieren, sondern den Blick umzukehren und auf uns selbst zu gucken als weiße, also als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft kann ich das für mich sagen. Also das muss natürlich jeder irgendwie, wir haben ja sehr viele verschiedene Perspektiven hier drin. Ich würde für mich sagen, dass es mir gar nicht darum geht, geht jetzt die ganze Zeit auf dieses Konstrukt globaler Süden zu gucken, sondern zu gucken, was mache ich. Und das ist für mich viel relevanter irgendwie. Eine ganz kurze Anekdote und danach Fabian, ich denke an Jean Ziegler, der Che Guevara im Auto durch Genf gefahren hat und Che Guevara gesagt hat, ich möchte so gerne eurem Freiheitskampf beitreten und ich würde mitkommen und mitmachen, Che Guevara war in Europa und bei den Vereinten Nationen zu sprechen. Und Che Guevara hat zu ihm gesagt, du bist aus Genf, du bist Schweizer und dein Freiheitskampf muss hier stattfinden, wo du die Leute kennst, wo du verankert bist, weil es ist der gleiche Kampf und es bringt, dass alles liegen lässt und meinst, du kannst uns in Südamerika retten. Also genau diese Frage bringt uns dann nämlich zu den nächsten, zu der, Q, du kriegst das Wort, Michaela fragt, welches sind die ersten konkreten Schritte, die wir für eure Utopien gehen können? Wie kann ich mich einbringen? Und die Frage geht an euch alle, aber Q als Ersten, hier bitte. Und vielleicht noch die Anmerkung, die du vorher hattest. Ja, ich wollte nur kurz noch sagen, dass wenn wir global denken, finde ich immer das Wort weiße Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen irreführend, weil global sind weiße eben keine Mehrheitsgesellschaft. Deswegen würde ich da nochmal kurz ein bisschen vorsichtig mit diesem Mehrheitsgesellschaftsbegriff umgehen. Aber prinzipiell geht es, glaube ich, eher um Machtgefälle und nicht um Mehrheit im quantitativen Sinne. Vor allen Dingen nicht global, also national durchaus. Darf ich das ganz kurz richtigstellen? Weiße Mehrheitsgesellschaften sind Gesellschaften, in denen weiße Menschen die Mehrheit abbilden. Das sind weiße Mehrheitsgesellschaften. Das heißt nicht, dass weiße Menschen die Mehrheit sind oder irgendwie sowas. Das wäre ja totale Kratsch. Nee, das stimmt nicht, Vicky. Das stimmt nicht. Weiße Mehrheitsgesellschaften ist wirklich ein eurozentrisches Konstrukt und bezieht sich auf wirklich zahlenmäßig die Mehrheit. Und das, was Q gerade beschrieben hat, ist ja, dass das Machtgefälle, das stimmt schon, dass du in der Unterzahl sein kannst, wie beispielsweise in Afrika, ein predestiniertes Beispiel ist doch immer Südafrika, wird ja gerne genommen, da sind ja Weiße in der Unterzahl zahlenmäßig, aber sie haben die Macht. Aber trotzdem ist das keine weiße Mehrheitsgesellschaft. Aber das meine ich ja, das meinte ich ja. Für die Konkretisierung, dann die Frage nochmal an euch alle, aber ich gebe sie als erstes an Fabian, als Representative von Die Urbane auch. Welches sind konkrete erste Schritte, die wir für eure Utopien gehen können? Wie kann ich mich einbringen? Von Michaela kommt die Frage. Also ich würde gerne was dazu sagen, wenn ich darf. Oder wer? Ihr dürft alle was dazu sagen und dann sagst du was? Und dann, Fabian, wenn du gerade so reingeschossen kommst. Oh sorry, ich kann noch warten. Ich bin manchmal sehr exkrovertiert. Ich glaube, dass es wichtig ist, eigene Utopien zu bilden und diese Kraft zu entwickeln, eigene Utopien zu bilden. Es geht ja nicht darum, was kann ich dafür tun, dass deine Utopie ist, weil ich glaube, dann irgendwann treffen sich unsere Utopien. Und dann sind wir doch zusammen dort. Also das glaube ich halt, das ist halt super wichtig. Das versuche ich ja gerade durch meine künstlerische Arbeit immer zu machen. Leute zum kreativen Arbeiten anzuregen und selber zum Nachdenken. Und gerade wenn ich mit jüngeren Leuten arbeite, die haben solche Talente, aber die wissen es nicht. Weißt du, weil das System diese Talente so unterdrückt, dass sie gar keinen, nicht mal die Kraft haben, irgendwie an sich selbst zu glauben. Und ich glaube, da müssen wir rein. Das hilft uns am allermeisten zu sagen, hey, ich suche in mir die Kraft, selbst kreativ zu sein und Teil einer noch nicht geformten Utopie zu sein. Der Weg ist das Ziel sozusagen. Und das ist das, was wir gerade hier, wenn wir jetzt diese Unterscheidung globalen Norden, globalen Süden weiterspinnen, was wir hier aufgrund der gegebenen Machtstrukturen und Machtbefälle und alle Ismen, die Liste wieder auch immer länger, haben, dass wir vergessen, in uns zu suchen. Und die Antwort ist da drin und eigentlich gar nicht draußen irgendwo, sondern die Antwort ist in you. Und wenn wir da anfangen zu suchen, dann wird die auch nach außen, also dann materialisiert sich das ja. Und deswegen glaube ich, dass die Antwort auf diese Frage wirklich ist, wo ist deine Utopie, deine Utopie wird meine Utopie treffen, weil wir Menschen sind, also reale Menschen und nicht das, was irgendwie die Aufklärung aus uns machen wollte, sondern wir sind unsere Spirits will alignen. Das ist, das glaube ich, ganz fest. Fabian? Und dann Abdurahim? Nur ganz kurz, weil mein Mikro halt aus war, deswegen konnte ich nie sagen. Einmal stimme ich dir, Natascha, absolut zu. Also das finde ich extrem unterschreibenswert. Und das, was ich davor sagen sollte, wollte, habe ich eigentlich vergessen. Aber zu dem, was die Frage war, nochmal ganz kurz, klar, als urbane Mitglied in die urbane eintreten, weil wir können das alles gerade, wir haben die Plattform geschaffen, um das wählbar zu machen. Das heißt, das ist ja unser Anspruch, genau diese ganzen Dinge, die hier besprochen werden, einfach auf eine politische Ebene zu heben, in der man mitspielen kann. Weil wir müssen leider ein Stück weit mit diesem System mitspielen, ist zumindest meine Meinung. Und deswegen haben wir diese politische Plattform geschaffen. Und das wäre ein Schritt in die Richtung, mitzumachen und Dinge zu verändern auf politischer Ebene. Abdurahim und Datsangmann? Ja, ich bin Natascha sehr, 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 dass Sie das Ihrer Art und Weise mit Ihren Worten gesagt haben. Was ich vielleicht jetzt nochmal mit meinen Worten sagen würde, ist es für mich so, es braucht eine spirituelle Solidarität. Wir vergessen oft in unserem verkopften Diskutieren, dass wir eine Seele haben. Und mit unserer Seele, ich nenne es jetzt Seele, okay, sind wir verknüpft, sind wir eigentlich verknüpft. Wir spüren uns eigentlich, aber wir müssen ganz viel unsere Sinne, wir haben Sinne, die sind vergraben, die sind verschüttet, aber wir haben sie noch. Säuglinge haben das ganz stark oder Menschen, die das trainieren. Und ganz viele Menschen in Communities, die sehr nah an dem, was wir mit Natur verbinden, leben, haben das auch. Und das habe ich gesehen. Ich habe es gesehen. Und wenn wir, wer kennt Summa Kausai? Das ist falsch übersetzt, Buen Vivir. Das kommt aus den Communities, Native Communities in Südamerika, die von der einen Seele sprechen. Die Fulane sprechen von Gueno. Das ist eine Seele, die uns alle verbindet. Und das ist das, glaube ich, was auch Natascha meint, was wir uns suchen müssen, wiederentdecken müssen, um zusammen in eine Richtung zu gehen. Und vor allen Dingen, da ist kein Platz, in diesen Konzepten ist kein Platz für Hierarchien. Wir sind gleichberechtigt. Aber mein Ansatz ist, oder meine Empfehlung ist, dass wir ganz stark vorher versuchen, zwei Dinge zu tun. Einmal diese furchtbare Traumatisierung, die reproduziert und reproduziert wurde, die sehr, sehr viel mit starker Gewalt einhergeht, dass wir versuchen, irgendwie Mechanismen zu finden, wie wir heilen können. Wie wir uns selber, wie wir andere heilen. Wir sind alle krank, sorry. Wir sind irgendwie alle davon betroffen. Und das Zweite ist, dass wir dekonstruieren, weil sehr vieles steht. Also wenn ich nochmal zu diesen vier I komme, also diese Machtstrukturen, die sich verfestigt haben, die Abläufe verfestigt haben, die Denken beeinflusst haben, das sind richtige Programme und Reflexe. Also letztens im Bus, eine Frau haut auf die Hand meiner Tochter einfach so, weil das war ein Reflex von ihr. Die hat noch nicht mal nachgedacht. Die hat das einfach, bumm. Okay, und da muss ich sagen, mit dieser Frau habe ich Schwierigkeiten, mich spirituell zu finden. Da muss erst so ein Dekonstruktions-Heilungsprozess stattfinden, damit wir zusammenkommen. Aber ich bin, guck mal, wir sind alle, wir sind alle Säuglinge gewesen. Wir sind alle aus dem Bauch gekommen und zack, wir hatten eigentlich nur unseren Soul ganz am Anfang. Und der ist auch nicht verschwunden. Der ist überlagert von ganz vielen, was in unserem Leben uns prägt. Und deshalb meine ich, ja, Dekonstruktion ist ganz wichtig in diesem Ansatz, dass wir zusammenfinden und uns wiederentdecken. Vielen Dank dafür, Doreen und Niki. Also auch der Frage, wie kann man an den Utopien mitwirken oder wie kann, ich finde auch, dass so ein bisschen, also manche sind ja so, von Spiritualität spricht, aber ich will das auch sehr klar trennen von Religiosität. Also ich finde es super, was Natascha und Abdurahim gesagt haben. Weil das, weil ich glaube, dass wir sehr großen Fokus, und das hat auch mit Kapitalismus zu tun, auf diese Individualität setzen. Individuum, das Individuum, die Individuelle, das Ich spielt eine extrem große Rolle in diesem kapitalistischen System auch. Und das wird auch forciert, dieses Ich, 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 Ich. Und ich würde nicht verneinen, dass wir alle eine Individualität haben und eine individuelle Persönlichkeit, die auf jeden Fall eine Entfaltung, zur Entfaltung kommen soll und auch darf und auch unbedingt können soll. Und das ist ja im Moment für ganz viele Menschen nicht der Fall. Also viele Menschen werden gerade durch rassistische Zuschreibungen, gerade durch patriarchale, sexistische Zuschreibungen in der Entfaltung ihrer Persönlichkeit massiv behindert und auch auf was andere Issen betrifft. Also da auf jeden Fall diese Persönlichkeitsentfaltung auf der einen Seite nicht so zu begrenzen, aber auf der anderen Seite auch uns als Kollektiv, also die kollektive Seele, die wir als Menschen, als globale Community haben, auf dieser Ebene sind wir irgendwie alle miteinander verbunden. Das ist so eine Überzeugung, die ich auch habe. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da irgendwie auf dieser Ebene auch zu denken und dieses Bewusstsein einfach zu entwickeln. Das Bewusstsein, dass wir diese Systeme, in denen wir aktuell leben, das sind alles Geschichten, die hat sich irgendwann irgendjemand ausgedacht. Kapitalismus, Geld, Hierarchien, Sexismus. Es sind Geschichten, die irgendwann erzählt wurden, das sind keine natürlichen Prozesse, das sind Geschichten. Und wir können andere Geschichten erzählen. Und es müssen nicht unbedingt die sein, die wir erzählen, aber wir müssen uns dessen bewusst werden, dass das nicht Sachen sind, die wir als gegeben hinnehmen müssen. Und ganz kurz noch ein letzter Punkt. Ich fand das auch mit dieser Programmierung oder was Natascha gesagt hat, kognitive Programmierung irgendwie, ich habe es mir vorhin aufgeschrieben, was diese Ideologie eigentlich ist. Und ich finde auch, dass wir, ich komme immer wieder auf weiße Vorherrschaft und Patriarchat zurück, weil ich diese zwei Systeme so gewaltvoll finde und so unglaublich groß finde. Gerade weiße Vorherrschaft ist ja auch etwas, was nicht nur unsere Gesellschaften im Inneren formt, sondern was auch unseren Globus formt und unseren ganzen Planeten in Macht, machtmäßig strukturiert. Und ich glaube, das ist wie so ein Betriebssystem. So, wenn man so in Computersprache denken möchte, ist das ein Betriebssystem, auf das wir gerade laufen. Das ist voll veraltet. Und das funktioniert auch nicht gut und das geht kaputt. Und wir müssen ein neues, wir müssen wirklich ein neues Betriebssystem entwickeln. Und das ist der Mann, das ist die Menschen, die da geändert werden. Ich glaube, diese Einsicht war, glaube ich, eine große Einsicht, die am Anfang von hier urbanisch stand. Saman möchte noch was sagen. Und in zwei Minuten haben wir auch langsam dann nämlich unser Ende erreicht. Saman? Um nochmal zu dem Titel zurückzukommen. Ich fand das alles super, was bis jetzt gesagt wurde. Und ich glaube, wir brauchen Seele und wir müssen zusammenkommen und wir müssen die ganze, das Monster besiegen. Und vielleicht kann man auch mal so Rosa Luxemburg ins Boot holen. Und ich glaube halt, dass wir uns vor allem auch organisieren müssen und dass wir auch an den materiellen, so an der Basis und an den Grundlagen, auf der diese ganzen Wismen verstärkt wurden und die dafür eingesetzt wurden, dass wir daran was ändern müssen, nämlich an dem kapitalistischen System und an der Ausbeutung auch. Und dafür müssen wir uns organisieren. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, wodurch ich politisiert wurde. Ich glaube, Betroffenheit ist mit der beste Hebel zur Politisierung und zur Organisierung. Und jetzt gerade in Berlin geht es los mit der zweiten Stufe der Deutsche Wohnen Enteignen-Kampagne. Und das ist meiner Meinung nach eine der krassesten Initiativen, die in Hinsicht einer Demokratisierung und demokratischen Transformations des Systems passiert. Nämlich sollen alle großen Wohnungsunternehmen enteignet werden, von der Börse rausgezogen werden und der rassistische Wohnungsmarkt gestoppt werden dadurch. Und die Leute, die vor allem auch migrantischen und rassifizierten und sonst welche und schwarze Communities, können dann da wohnen bleiben, wo sie gerade wohnen. Und das Ganze soll vergesellschaftet werden und demokratisiert. Und die Leute brauchen Hilfe für Unterschriften sammeln. Und alleine schon jetzt der Erfolg dieser Aktion ist, dass in Deutschland über Enteignung und über Vergesellschaftung diskutiert wird und dass Berlin einen Mietendeckel hat. Und genau, das wäre so ein bisschen Ansetzen an der Betroffenheit. Und das verbinden mit antirassistischen und queer-feministischen Kämpfen. Und da, glaube ich, ist notwendig, dass wir uns auch entlang ethnischer Linien organisieren. So ein bisschen wie die Black Panther das gemacht haben und wie Fred Hampton gesagt hat, Schwarze müssen sich organisieren, aber auch Puerto Ricaner müssen sich organisieren und auch arme Weiße müssen sich organisieren. Und gemeinsam müssen wir eine Rainbow Coalition formen und halt zusammen eine Ansicht schaffen. Und ich glaube, wenn wir hier schon als so Hip-Hop-Kulturpartei und Praktizierende sitzen, dann glaube ich halt, wir müssen einfach verdammt nochmal krasse, geile Kulturarbeit machen. Und richtig Bildungs-Action über Hip-Hop und soziale Bewegung. Ich glaube, die große Leerstelle auch in linkspolitischem Organisieren und Aktivismus sei es gewerkschaftlich, sei es irgendwas, ist, dass es keinen Spaß machen, dass es super steif ist und einen Stock im Arsch hat. Und da kommt die Seele wieder ins Spiel. Lass uns das ganze funky machen, so. Lass uns da breaken, lass uns da rappen, lass Abdur-Rahim Gitarre spielen und singen, so. Ich finde, dann macht das ganze Spaß. Und dann haben die Leute auch Bock, sich zu organisieren und gemeinsam Welle zu machen, so. Also, ich glaube, wir haben in den letzten zwei Stunden ganz schön umrissen, wie positiv sowas sein kann, wie menschlich so ein Austausch sein kann und trotzdem inhaltlich tief und wie politische Arbeit funktionieren kann. Da wir jetzt am Ende der Zeit sind, die wir so geplant haben, werde ich kurz ein Schlusswort machen. Und danach können wir alle hier noch weiter diskutieren, open-end-mäßig. Aber es gibt zumindest einen Schlusspunkt von dem, was wir dann später höchstwahrscheinlich veröffentlichen werden. Danke, Michaela, für deine Frage. Im Endeffekt, also für die Frage, wie können wir die ersten Schritte gehen für diese Utopien. Im Endeffekt ist ja der Grund, warum wir dieses Panel gemacht haben, ist, wir denken, wir haben seit drei Jahren eine Organisation gemacht. Wenn ich jetzt von wir spreche, sind in dieser Runde Fabian Blume und Niki Dracos von Frauenkreise und ich, wir sind alle die urbane Mitglieder. Und wir haben genau diesen Gedanken, wir müssen uns organisieren, aufgegriffen. Und ich glaube, das geht, glaube ich, an alle raus, die gerade zuhören. Wenn ihr noch in keiner Organisation Mitglied seid oder irgendwie da teilhabt, die für eure Utopie kämpft, dann geht raus und meldet euch an. Und zwar heute oder morgen. Wenn ihr meinen ersten Tipp haben wollt, dann heißt der Tipp, die urbane eine Hip-Hop-Partei, weil es gab sowas auf der Welt noch nicht. Es gibt keine Partei auf der Welt, die sich darauf bezieht. Und ich glaube, dass das genau der Struggle sein kann. Und ich denke, dass in letzter Zeit immer wieder, wenn es eine Partei geben würde von Native Americans, die hier eine Vertretung haben, also Abdul Rahim hat vorhin davon gesprochen, sich hinter die Leute zu stellen, die unterdrücken und damit ein Problem haben, auch bei Climate Justice, sich hinter diese Bewegungen zu stellen. Und ich hoffe, dass wir mit die urbane genau das schaffen können, dass wir uns verbinden zu Leuten nach Yanamar, dass wir uns verbinden zu den Young Lords und dass wir anfangen, eigene Strukturen dabei aufzubauen. Und ich glaube, das Schöne an der Partei ist, in dem Sinn, das bietet sehr viel Freiheit. Also wenn jemand sich da drin organisieren möchte und wir möchten Kulturarbeit machen, dann kann man das im Rahmen davon machen. Aber wir können auch im Rahmen davon eine deutsche Wohnen in der eigenen Kampagne machen oder eine mit unterstützen oder mit dem urbane T-Shirt losgehen und diese Unterschriften sammeln. Einfach einen Identifikationspunkt zu haben und Räume zu schaffen, wie jetzt die letzten zwei Stunden, die haben mir Kraft gegeben. Das ist Empowerment. Das lehnt all das auf, was ich heute im Arbeitsalltag, als ich den Leuten davon erzählt habe, dass Hip-Hop im Rahmen von weißer Vorherrschaft entstanden ist, haben die mich heute alle angeguckt bei der Arbeit, dass ich gemerkt habe, fuck, wenn ich darüber jetzt weiter rede, dann ist es hier ein Problem in diesem weißen Raum und ich muss es trotzdem machen. Wenn ich hier in solche Räume reinkomme, dann lade ich mich damit wieder auf und kann das weiter machen. Diese Empowerment-Arbeit, unsere eigenen Räume schaffen, unsere eigenen Strukturen schaffen, unsere eigenen Träume schaffen und damit nach vorne gehen und allen Leuten den Stinkefinger zeigen, die sagen, die Welt ist halt so, da kannst du nichts dran ändern. Mit dem Ding kann ich auch sagen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich bin groß geehrt dafür, dass ich mit euch sprechen durfte. Wir haben unsere normale Redezeit erreicht. Damit danke, dass ihr alle da wart. Und wir dürfen weitermachen. Wir sind im Internet. Es ist unbegrenzt Redezeit und wir können jetzt noch weitersprechen. Und Abdurrahim wollte was sagen. Ganz kurz, Abdurrahim, wollen wir nicht noch so eine letzte Abschlussrunde, machen, dass die, dass Natascha und Abdurrahim und Saman noch mal letzte Worte irgendwie round-up machen? Gerne letzte Worte und dann kommt noch ein Song. Ich habe noch tausend Songs, aber einer reicht. Bitte abschließende Runde von unseren Gästen, Natascha, Saman, Abdurrahim und danach einen Abschluss-Song. Ich habe keine letzten Worte. Nach dem Reden, ich rede den ganzen Tag. Also das ist eigentlich keine letzten Worte. Das Gespräch wird fortgeführt. Saman? Eigentlich war das vorher schon mein Schlusswort. Lass uns alle organisieren und lass uns den Kapitalismus demokratisieren und lass uns den Rassismus über Bildungs- und Kulturprojekte loswerden und lass uns den Sexismus genauso loswerden und lass uns geile Bälle machen. Nein, Abdurrahim, Schlusswort und dann im Anschluss deinen Song. Schlusswort ist schwierig für mich. Mir sind noch ein paar Gedanken auf diese Frage, die ich sehr gut finde, nämlich das Runterbrechen auf das, was wir dann tun können. Ich denke oft, dass wir auch versuchen, einfach mal unsere Haltungen und Denkweisen externalisieren in bestehende Strukturen, zum Beispiel, ich bin Muslim, okay, und Freitagsabends, nach dem Freitagsgebiet, gibt es immer Diskussionen. Und ich sage euch, Islamverständnis hat so viel mit Kolonialismus zu tun und es gibt so viel Diskriminierung von arabisch geprägten Menschen gegenüber schwarzen Menschen. Das ist auch ein Thema. Und was mache ich? Ich spreche das an. In der großen Moschee nach dem Freitagsgebet. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, das ist voll, ist ein voller Raum. Und ich trage diese Gedanken da hinein. Ich spreche auch das Thema an Gendergerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, weil während wir in dem großen Raum beten, haben die Frauen einen winzigen Raum, der nicht klimatisiert ist. Und warum? Wozu? Und das ist voll. Es ist eine, es ist, also, wenn ich damit sagen will, lass uns unsere Gedanken in diese Räume, in diese machthierarchischen, diskriminierenden Räume hineintragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zum Beispiel in religiöse Räume. Das ist nicht ganz einfach. Aber wenn du einmal das Wort hast, das Mike hast, dann hast du die Macht. Dann hast du die Macht. Und nutze sie. Lass uns die alle nutzen. Jeder, der hier ist, der mit dazu gehört hat, der kann das. Wir können in anderen Räumen, in anderen Kontexten diese Gedanken als Samen säen. Und das müssen wir immer machen. Und das ist was ganz Einfaches, Praktisches, was wir machen können. Okay. Ist noch jemand dran mit einem letzten Wort? Oder ist das die Gitarre jetzt? Your turn, ein Trommelhuber. Okay, okay. Die Gitarre. Okay. Das letzte Lied hier, das Lied, das heißt Feel Free. Und das ist tatsächlich entstanden auf Papua Neuginäer. Und warum ist mir das gekommen? Weil die Leute dort eine unglaubliche, tolle Kultur haben, dich frei fühlen zu lassen. Die sind sowas von nicht gastfreundlich, ist das falsche Wort. Die haben eine Welcome Culture. Das ist Wahnsinn. Ich bin nach einem Tag raus aus dem Hotel, habe gewohnt bei Menschen, die ich vorher nie kannte. Und wir sind bis heute Brother and Sister. Und das ist in diesem Song drin, der heißt Feel Free. Okay. There's no life unless we all are free. There's no life unless we all are free. There is no life unless I and I are free And your love, we all are free And he says, I and I are free There is no life unless we all are free There is no life unless I and I are free Feel free, walk free, love free Think free, dance free, break free Cause there is no life unless we all are free There is no life unless I and I are free Yeah, I'm gonna mark, we all are free He says, I and I are free We are free We are free Shalom, shalom We are free Cause we are born free We all are born free We are born free, yeah I and I are born free Raphael You are born free Raphael You are born free You are born free You are born free La Tashanya You is born free Fabian, Samuel we are born free, we all are born free, we are born free, we are born free, because we are born free. Vielen, vielen Dank! Wir werden ab jetzt in all unsere Video-Teile einbauen, Musik-Teile einbauen. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich sehr dankbar bin dafür, dass wir alle hier zusammengekommen sind. Wir haben, glaube ich, mehrere Wochen das jetzt gerade vorbereitet. Toll, dass es sich so gelohnt hat. Ich habe die verrückte Idee, das Ganze jetzt zu öffnen für Konversationen, wer noch Lust hat. Ich schaffe es nicht mehr, das so krass zu lenken und auf den Punkt zu kommen. Ich bin auch gerade außer Atem vom Breaking. Ich muss sagen, wenn jemand aus denen, die wir bis jetzt nicht gesehen haben, sich dazuschalten möchte, eine Wortmeldung hat, was sagen möchte, gerne dazuschalten. Wenn jemand von unseren Panel-Gästen oder Mitgliedern noch was sagen möchte, gerne einfach ein Video anmachen, Handheben und so, wie wir es jetzt mit den anderen auch machen. Abdurrahim, leg los! Moment, unter dem Hinweis, es wird aufgezeichnet. Wer sich einschaltet, wird aufgezeichnet und veröffentlicht. Also ich wollte mich, ich wollte mich bei allen bedanken und ich wollte mich verabschieden bei allen und auch anbieten, wenn ihr meinen Kontakt habt, könnt ihr gerne meine E-Mail teilen. Und ich fände gut, wenn hieraus, ja, was auch immer entsteht. Und genau, ich sage an allen und Yadama, Yadama ist ein Wort in Fulani, das schwer zu übersetzen ist. Es ist gleichzeitig Dank, es ist gleichzeitig Frieden und sehr respektvoller Gruß in einem Wort. Und nur zum Wissen, Fula ist die Sprache, die am meisten verknüpft ist oder verwandt ist mit dem pharaonischen Ägyptisch. Okay, das wissen viele nicht, das ist eine uralte Sprache, wird von in 25 afrikanischen Ländern gesprochen und 70 Millionen Menschen sprechen das. Und ja, es gibt eine tolle Sprache, wie viele Sprachen, sehr bildreich und ich sage an allen einfach mal und Yadama, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss. Danke dir. Schön, dass du dabei bist. Natascha hat sich, glaube ich, gemeldet. Ich wollte mich auch bedanken. Ich kann leider nicht mehr bleiben. Ich muss da jetzt wieder zurück in die Revolution an die Front, you know. So, ja, vielen Dank, weitermachen und ja, bis nächstes Mal. Vielen Dank an Dr. Natascha Kelly. Toll, dass du dabei warst. Wir haben uns sehr gefreut und vor allem habe ich gemerkt, wie viele Leute gesagt haben, Natascha Kelly ist dabei, dann muss ich das sehen. In diesem Sinne, einen guten Abend hier. Tschüss. 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 Tschüss, Natascha. Tschau, tschau. Tschau, mach's gut, Schwester. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschau. Tschüss. Tschüss. War das Aisha? War das Aisha? War das Aisha? Das war Aisha, genau. Aisha. Tschüss Aisha. Danke, dass du dabei warst. Ganz kurz, ich springe nochmal rein. Abdurahim, ich habe dir eine Facebook-Freundschaftsanfrage geschickt. Bitte nimm die mal an. Mach ich. Mach ich. Danke dafür. Super. Und so geht's weiter.